Nico, dann sage ich, willkommen zurück bei The Chain is Live. Ich freue mich hier zu sein, lang ist es her, danke für die Einladung. Ja, lang ist es her, viel ist passiert, du bist gerade in Zypern, ich bin gerade in Thailand und ich habe jetzt gerade im Vorgespräch nochmal so ein bisschen reflektiert, wie weit nicht nur wir gekommen sind, sondern wie weit es eben auch in der Gesellschaft mittlerweile gekommen ist. Also als wir damals gesprochen haben, da waren wir glaube ich beide noch sehr, vielleicht sogar ein bisschen grün hinter den Ohren. Aber in gleicher Weise habe ich auch gemerkt, dass einfach sehr viel gesellschaftlich sich verändert hat und deswegen wäre so für mich wichtig, dass wir nochmal auch auf dich eingehen, für die ganzen Leute, die das Gespräch damals nicht gehört haben, die vielleicht auch von dir noch nie was gehört haben, die deine Bücher nicht gelesen haben. Einfach mal so die Frage, Nico, wer bist du? Ja, ich würde sagen, so die Kernbeschreibung ist immer noch dieselbe, nur die Ausdrucksweise oder die Art und Weise, wie ich es verfolge, ist ein bisschen eine andere. Weil das Kernziel, seitdem ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten, war es immer Ernährungskonzepte mitzugestalten, die unsere Welt gesünder, nachhaltiger und ethischer ernähren können. Wie so oft gibt es auf komplexe Fragestellungen ja keine einfachen Antworten. Wenn man denkt, man hätte eine einfache Antwort, dann sollte man vielleicht darüber nachdenken, dass es eine viel klügere Person schon viel länger gewusst hätte, wenn es so einfach wäre. Das heißt, es gibt da viele Wege nach Rom quasi und ich habe in den letzten vier Jahren auf jeden Fall, weil spätestens seitdem bin ich mit dem ersten Buch auch in der Öffentlichkeit, aber auch schon die Jahre davor quasi den Pfad der pflanzlichen Ernährung, des Veganismus primär in den Fokus meiner Arbeit gerückt, habe aber parallel auch über zellbasierte Landwirtschaft und anderes publiziert und bin heute an einem Punkt, wie wir ja auch schon im Vorgespräch gesprochen haben, wo ich grundsätzlich jetzt keine meiner Positionen der letzten Jahre um 180 Grad umdrehen würde, aber sehr vieles nochmal sehr differenzierter betrachten würde. Das heißt, ich bin, weil der eigentliche Frage war, wer bin ich? Ich bin Ernährungswissenschaftler, ich promoviere gerade an der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität in Bonn zum Thema Bindungsformen von Nährstoffen in Lebensmitteln im weitesten Sinne und habe insgesamt jetzt sechs Bücher geschrieben, habe ein Buch, was wir geschrieben haben, nicht veröffentlicht, das ist vielleicht auch interessant darüber zu sprechen, weil darin ging es um das Thema der veganen Kindernährung und es gab Gründe, warum das natürlich dann auch nicht veröffentlicht wurde und ansonsten über Social Media, YouTube, Instagram und Facebook und über andere Kommunikationskanäle, aber auch live vor Ort auf Tour versuche ich das Thema der Ernährung in allen Facetten möglichst interessant, evidenzbasiert und spannend, hoffentlich auch mit einer Prise Humor zu vermitteln, weil es so ein riesiges, wichtiges Thema ist, aber so komplex in sich und so kontrovers in der Aufarbeitung in den sozialen Medien, sodass viele Leute gefühlt, weil sie ja heute das eine hören und morgen das genaue Gegenteil, frustriert sind und quasi den Hut drauf werfen, dabei würden wir aber eine wahnsinnig große Chance und ein wahnsinnig großes Potenzial verlieren, wenn wir uns dem nicht sozusagen annehmen. Das heißt es nicht, dass unsere Ernährung alle unsere Probleme löst, bei weitem nicht, aber wenn wir andere Probleme lösen und die Ernährung komplett außen vor lassen, würden wir sehr viel Potenzial verschenken. Das heißt erneut, mein Ziel ist es in meiner Arbeit und das, wie gesagt, verändert sich ein Stück weit in der Art und Weise, aber das Grundziel ist immer noch dasselbe wie vor vier Jahren und vor sechs Jahren und noch darüber hinaus. Ich möchte einer von mehreren Personen oder mehreren Zahnrädern quasi in dem großen Ganzen sein, die helfen, offene Fragen zu beantworten, bestehende Erkenntnisse zu kommunizieren und quasi so ein bisschen die Schnittstelle zu sein zwischen der klassischen Wissenschaft, zwischen der Forschung, die wahnsinnig viele Ergebnisse publiziert, die aber kaum an die Personen treten, weil sie in den Bibliotheken auf PubMed quasi untergehen und die möchte diese Informationen sowohl sprachlich als auch vom Verständnis her so aufbereiten, dass das Menschen zugänglich ist und sie auf Basis dieser Informationen klügere Essentscheidungen und am Ende des Tages generell klügere Lebensentscheidungen treffen können, sowohl für sich, für ihre eigene Gesundheit, am Ende des Tages auch damit für die Gesundheit der Gesellschaft, darüber hinaus und natürlich aufgrund von Herausforderungen wie unserer Umwelt und dem Klima auch bessere Entscheidungen dafür treffen und das Thema der Ethik auch in ihr Essverhalten integrieren. Was dann ihre Lösung ist, wird was anderes vielleicht sein, was ich mache, weil es gibt ja erneut viele Wege nach oben, aber all diese Facetten, all diese Ebenen der Ernährung zu zeigen und dafür zu sensibilisieren, das ist das Wichtigste. Einfach mal ein Bewusstsein zu schaffen, dass es ein wichtiges Thema ist und was man daraus dann ableitet, davon soll man ja für sich entscheiden. Ja genau und da fängt es ja jetzt auch spannend zu werden, weil dieses ich kann es für mich entscheiden, das ist ja genau das, was ich auch immer versucht habe, mit meinem Content zu vermitteln. Also ich bin jetzt nicht den wissenschaftlichen Weg gegangen, wie du, jedenfalls nicht mehr in den letzten vier Jahren, sondern habe eher angefangen, immer mehr mich mit der menschlichen Motivation zu beschäftigen, mit Bewusstsein. Warum werden gewisse Menschen bewusster? Warum verändern sich Werte? Und habe immer mehr auch für mich gemerkt, dass das Veganismus schon irgendwo auch eine Ideologie ist und das ist ja das Wort, was du vorhin auch angesprochen hast. Das muss möglichst einfach für Leute sein, im Sinne von vegan und damit habe ich eine Box und weiß genau, was das bedeutet und da ist dann eben die Differenzierung nicht mehr ganz so einfach. Und deswegen würde ich heute, Stand heute, sagen, ich bin immer noch, ich ernähre mich immer noch vegan, aber ich würde mich ungern immer noch als Veganer bezeichnen, weil das ja so ein sehr statischer Begriff ist und da hast du ja im Vorfeld jetzt auch gesagt, dass du zum Beispiel ein Buch nicht veröffentlicht hast, dass du ja gerade auch eine Doktorarbeit machst und da würde es mich natürlich jetzt einfach interessieren, wenn wir jetzt nochmal gucken, vor vier Jahren, als wir das erste Gespräch hatten und da ich mich auch noch sehr gut erinnern kann, da war auch noch dieser Megatrend, gerade am Kommen, also ich hatte das Gefühl, 2019, 2020, das waren so die Jahre, wo jeder Supplementhersteller auf vegan aufgesprungen ist, wo jede Company irgendwie angefangen hat, vegane Sachen zu machen, Beyond Meat irgendwie durch die Decke ist, mittlerweile sind sie 90% wieder gedroppt, oder? Also einfach so, der Trend, den wir damals gesehen haben, wie würdest du denn heute einschätzen? Ist das, was wir damals erwartet haben, eingetreten, oder ist alles wieder so ein bisschen zurückgegangen? Gute Frage. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob ich die richtige Person bin, um das wirklich von dir zu beantworten, weil ich als Ernährungswissenschaftler die meiste Zeit mit Scheuklappen auf der wissenschaftlichen Forschung sozusagen fixiert bin und zwar durch unsere vegane News-Plattform, Vegan News, auch ein bisschen was links und rechts mitbekomme, das macht aber primär meine Freundin Katharina, aber was, und vor allem ich auch versuche, möglichst erwartungsfrei durchs Leben zu gehen. Das heißt, meine Erwartungen wurden auf jeden Fall erfüllt, weil sie quasi nicht existent waren, aber ich denke schon, dass es sehr viele, sowohl Player in dem ganzen Markt, als auch Privatpersonen gegeben hat, die quasi so einen Breakthrough, einen Durchbruch erwartet hätten, dass es wirklich ein, ein noch selbstverständlicherer Teil der Gesellschaft sein könnte und ich glaube, es gab einen sehr großen Teil an Leuten, die nicht am Schirm hatten, wobei es retrospektiv aber sehr klar ist, dass das passieren würde, wenn eine Bewegung mehr in den Mainstream gelangt, wenn es quasi mehr Einfluss hat, wird es auch mehr Backlash geben und es wird mehr Menschen geben, die anderer Meinung sind und die bis jetzt quasi sich wenig mit dem auseinandergesetzt haben, weil es für sie keine Rolle spielte, weil es für sie keine aktuelle Bedrohung ist, ist das falsche Wort oder du weißt, es hat sie einfach nicht tangiert, weil sie eben gesehen, das ist eine Randerscheinung. Wenn aber plötzlich eine Randerscheinung in den Mainstream tritt, dann muss sie sich natürlich auch der Meinung der Mainstream-Bevölkerung stellen und da hat man sehr viele differenzierte Leute, die auch berechtigte Kritik bringen, man hat natürlich wahnsinnig viel Bullshit auf den sozialen Medien, aber all das ist quasi auf die Personen des öffentlichen Lebens, inklusive mir, der veganen Bewegung eingeprasselt und aus meiner Sicht und ohne dass ich jetzt quasi nur das Schlechte aufzeigen möchte, oder das Erste, was mir in den Sinn kam, was mir mitunter am meisten gestört hat an dem Ganzen, war, wie diese Kritik aufgenommen wurde, weil es gab eben qualitativ große Unterschiede zwischen, das ist einfach nur ein Bullshit-Bingo, die ranten nur, um halt was zu sagen und da haben sich Menschen mit einem guten Fachwissen ehrliche Gedanken gemacht und stellen valide Kritikpunkte in den Raum, die es zu beantworten gilt und die quasi aber von sehr vielen Vertretern der veganen Bewegung quasi einfach nur umschifft wurden oder als vegane, antivegane Propaganda abgetan wurden. Und das war auch der Moment, weil ich mich ja auch schon bei vegan-klische Idee mindestens so sehr mit den anti-veganen Literaturquellen als mit den pro-veganen auseinandergesetzt habe, hat dieses Mehr an anti-veganen Publikationen auch dazu geführt, dass ich mich zwangsweise noch mehr auch mit den Gegenpositionen auseinandergesetzt habe und versucht habe, aber immer, wenn ich die lese, die veganen Brille runterzunehmen, weil auch wenn ich mich selbst vegan ernähre, ich tue mir ebenso wie du mittlerweile etwas schwer, mich als Veganer zu bezeichnen, aber ich tue mir genauso schwer, mich auch als alles andere zu bezeichnen, weil jede Bezeichnung, die man sich gibt, einfach der Komplexität jeder Person nicht gerecht wird und glaube ich auch ganz, ganz viele Probleme mit sich bringt, aber ich bin weiterhin der Meinung, dass die Grundphilosophie des Veganismus eine wichtige Sache ist. Ich denke nur, wir haben es verpasst, das Konzept des Veganismus aus 1944, wo es herkommt, da wurde zum ersten Mal von Donald Watson und Kollegen und Kolleginnen die Definition des Veganismus gebracht und es ist ein bisschen so, als wenn heute Leute noch quasi an der wortwörtlichen Definition oder der Texte aus der Bibel dran sind und nicht bereit sind, quasi zu erkennen, dass man auch gewisse Inhalte an die heutige Zeit anpassen muss und mit diesen Widersprüchen, die sich daraus ergeben, wenn man Dinge quasi religionsartig einfach ohne links und rechts zu gucken wiedergibt, dann passiert das, was unter anderem auch dem Veganismus in der öffentlichen Wahrnehmung passiert ist. So, lange Rede, kurzer Sinn, ich denke, es hätte viel, 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 viel mehr passieren können. Das heißt, es ist nicht unbedingt, dass es per se mehr Veganer gegeben hätte. Ich denke auch nicht, dass das das Ziel sein sollte, aber es hätte zumindest mehr vegane Persönlichkeiten gegeben, die veganer sind und das hätte am Ende des Tages, glaube ich, mehr für die gesamte Sache gebracht. Das ist aber ein Beispiel eben von vielen, wenn es eben ideologisch und dogmatisch ist, dann gibt es eben nur Teil der Lösung, Teil des Problems, Schwarz und Weiß, zwei Camps und keine Graustufen und das ist immer noch auch heute ein großes Problem und war eine von mehreren Gründen, die eben dazu geführt haben, dass ich mich auch nicht sehr wohl damit fühle, mich zu sehr dem zugehörig zu fühlen, auch wenn ich, wie gesagt, die philosophischen Grundsätze weiterhin für gut und richtig und wichtig halte. Ja, das hast du sehr schön gesagt, das ist nämlich auch genau der Grund, warum ich das Gespräch zu dir gesucht habe, weil du schon vor vier Jahren, als wir gesprochen haben, sehr differenziert warst und ich das Gefühl hatte, dass du nicht zu dieser Sekte gehörst und das ist eben das, was ich immer mehr merke, auch das, was du vorhin gesagt hast, dass wenn Leute gute Argumente bringen, die man sich anschauen könnte, um seinen Standpunkt noch besser zu differenzieren, diese Argumente einfach direkt abklatschen und sagen, es ist alles Propaganda, dann haben wir ja eigentlich den ursprünglichen Gedanken, um was es ja auch geht, nämlich um Gesundheit und irgendwo vielleicht eben auch Umwelt oder Ethik, da machen wir uns ja keinen Gefallen und wenn ich jetzt nochmal so drauf gucke, was vor vier Jahren war, dann ist mir eine Sache auf jeden Fall aufgefallen und das ist nur so eine Beobachtung und zwar, dass vor vier Jahren sehr viele Menschen nicht auf Basis von Ethik, Umwelt oder vielleicht nicht mal wirklich aus Gesundheit vegan geworden sind, sondern weil es ein Trend war. Also viele Leute haben sich, sind zu Trendveganern geworden und das waren auch die Menschen, die in den letzten vier Jahren wieder zurückgekommen sind, manchmal sogar ins andere Extrem, zu Carnivoren jetzt geworden sind. Also ich kenne sogar Leute in meinem Umfeld, die vor vier Jahren vegan geworden sind und jetzt Carnivore-Diät machen oder irgendwie Keto-Diät und trotzdem habe ich aber das Gefühl, dass wenn ich jetzt den Gesamtmarkt betrachte, mehr vegane Produkte auf dem Markt sind denn je, mehr verkauft wird denn je, auch viel mehr Menschen sensibilisiert wurden. Ich kenne fast kein Restaurant mehr in Deutschland, was nicht dieses V irgendwo auch hat oder zumindest der Kellner das Bewusstsein hat. Das heißt, obwohl man diesen Hype nicht mehr so sieht und es nicht mehr so gehypt ist und keine Celebrities mehr über Veganismus sprechen, weil es eben nicht mehr cool ist, habe ich das Gefühl, dass es doch immer noch in die richtige Richtung geht. Könntest du das bestätigen? Dazu sehr, sehr gerne. Es sind noch zwei kurze Gedanken, die ich noch gerne ausführen würde zu den Dingen, die du da vorgesagt hast. Zum einen, damit wir auch alle sozusagen am selben Boot sind, wenn wir über Veganismus sprechen, um tatsächlich einmal auf die ursprüngliche Definition zurückzukommen, um auch zu verstehen, warum es vielleicht auch immer wieder mal links und rechts falsche Abbiegungen gab. Weil der Veganismus an und für sich ist ja sehr deutlich eine Tierrechtsbewegung, eine soziale Gerechtigkeitsbewegung im weitesten Sinne. Das ist der Kern. Das heißt, die Frage, ob man für die eigenen Bedürfnisse andere fühlende Lebewesen ausbeuten kann. Das eine pflanzliche Ernährung, die ja eine logische Konsequenz des Veganismus ist, weil wenn du keine tierischen Produkte isst, isst du neben Pilzen ausschließlich Pflanzen. Vielleicht isst du irgendwann einmal auch noch andere Dinge. Es gibt ja auch ein paar Insekten oder Muscheln, die kein zentrales Nährungssystem haben, aber klassisch ernährst du dich pflanzlich. Und diese pflanzliche Ernährung, die wurde aber oft synonym vegan genannt und dann hieß es eben, vegan ist besser für die Umwelt. Und viele Leute wurden aus ökologischen Gründen vegan. Falsch wir Zeit haben und du Lust hast, können wir da gerne auch mit reingehen, weil das ist ein gutes Beispiel, wo Vegan-Kritiker sehr valide Punkte bringen, wenn sie sagen, A, Veganismus kann einmal per se nicht die umweltfreundlichste Ernährung sein und nicht jede nicht-vegane Ernährung ist automatisch nicht umweltfreundlich oder vielleicht sogar umweltfreundlicher. Und die gesundheitlichen Aspekte sind auch in der Kategorie zu nennen, weil natürlich, wenn wir eine soziale Gerechtigkeitsbewegung zum Erfolg bringen wollen, darf die Konsequenz daraus, also die vegane Ernährung, Menschen nicht ungesund machen. Ohne Frage. Das Problem ist aber, dass sehr viele Menschen, vor allem wenn sie ursprünglich mit dem Thema Veganismus in Kontakt kommen, nicht sehr sensibilisiert sind für die ethischen Argumente. Verständlich. Und dann sucht man oder dann versuchen einige Vertreter der veganen Bewegung andere Argumente, um sozusagen Leute ins Boot zu holen, ins vegane Boot und kommen dann mit Argumenten wie, ey, das ist viel gesünder, Fleisch ist ungesund, Eier sind ungesund und vegan ist das gesündeste und manche sagen sogar, gehen so weit, das ist einzig gesunde. und A merken Leute, wenn sie ein bisschen länger drin sind, wenn sie ein bisschen sich links und rechts informieren, dass sie da offensichtlich ein bisschen zu einfach informiert wurden oder wenn sie eben sich nicht differenziert über all die Nährstoffengpässe informiert haben, die entstehen können, wenn man tierische Produkte komplett exkludiert, passiert vielleicht sogar der Worst Case und es geht ihnen schlechter als davor und das sind dann auch manchmal die, die dann zu extremen Anti-Veganern werden und das quasi das Gegenteil machen. Und das heißt, diese im Mainstream vorgetragenen eigentlich nicht wirklich korrekten Argumente für den Veganismus, die aber viele Leute mit reingezogen haben, auch im Rahmen der Fridays for Future Kampagne, wo es ja auch um Umwelt ging und dann hat man gesehen, Greta ist ja auch vegan und dann muss ja offensichtlich das die Lösung sein, hat einfach sehr viele Leute in das Boot geholt, die aus den falschen Motivationen drin waren und die, wenn sie dann auf sich alleine gestellt waren, quasi nicht schwimmen konnten, wenn sie doch einmal vom Boot gefallen sind. Genau. Das ist eine große Schwierigkeit. Am Markt, gebe ich da vollkommen recht, es gibt heute, ich kann jetzt sagen, jemals zuvor, aber zumindest, wenn man sich anguckt, die Produktneuveröffentlichungen, ganz klarer Trend, immer mehr Produkte und die Zielgruppe sind durchaus das, was ich eigentlich auch gesagt habe, Flexitarier, also veganäre Menschen. Von den Veganern alleine würde man gar keine so Umsätze erzielen können als Unternehmen. Das Problem ist nur, und es tut mir leid, dass ich heute, wir werden noch andere Sachen sicher besprechen, wo ich weniger Probleme aufzeige, aber es ist wichtig, am Anfang das Problembewusstsein zu schaffen. Wenn wir, weil eines meiner Ziele ist es, auch Menschen, die noch Tierprodukte essen, zu einem höheren Anteil an pflanzlichen oder aus Zellkultur gewachsenen oder auf Pilzbasis gemachten Alternativprodukten zu tierischen Produkten zu kriegen, das heißt Fleischalternativen, Käsealternativen, aber die müssen natürlich vom Nährwert, also die müssen gut schmecken, das tun sie zum Teil, zum Teil nicht, aber sie müssen aber ernährungsphysiologisch sehr gut sein. Sie müssen mindestens so gut wie das Äquivalent sein, optimalerweise besser. Und aktuell sind die meisten nicht nur ansatzweise nicht so gut, sondern sie sind deutlich schlechter, vor allem im Bereich des veganen Käses, aber auch bei den Fleischalternativen. Und ich habe in den letzten Jahren, vor allem in den letzten zwei Jahren, sehr viel Zeit investiert und sehr viele Gespräche gesucht mit den meisten der hierzulande gängigen Alternativproduzenten von veganem Käse, veganem Eier, alternativen Fleisch und Ähnlichem. Und meine Wünsche oder meine Anregungen hin zu einer besseren ernährungsphysiologischen Bilanz dieser Produkte stieß mit wenig Ausnahmen, es gibt ein paar Ausnahmen, aber meistens stieß es auf taube Ohren, weil sie A sagen, wir sind ein Lebensmittelhersteller, es muss lecker schmecken und es muss preiswert sein und weil sie sagen, unsere Zielgruppe sind ja eh Flexitaria und die essen ja auch noch Tierprodukte. Aber was ist mit all den Veganern, die quasi nur noch diese Produkte essen, wenn sie einen Käseersatz wollen und selbst wenn wir dann dazu hinkommen, dass vielleicht, wie es die Planetary Diet vorschlägt, von Eat Lancet, von dieser Kommission der anerkanntesten Ernährungswissenschaftler der Welt, die ja zwar keine vegane Ernährung, aber eine wirklich überwiegend pflanzliche Ernährung empfehlen, wenn die ganzen Alternativprodukte und generell die pflanzlichen Grundnahrungsmittel nicht ernährungs-physiologisch optimiert sind, dann steuern wir zu einer Gesellschaft hin, die sich auf jeden Fall nicht gesünder und im Worst Case vielleicht sogar durchschnittlich ungesünder als davor nähert und das ist das Problem, dass wir haben zwar eine breitere Verbreitung, also eine breitere, ja, also eine höhere Verbreitung der Alternativprodukte, vor allem, es gibt natürlich auch sicherlich mehr, keine Ahnung, Falafel und ähnliches, aber vor allem eben veganer Fleischersatz, Käseersatz, Eiscreme, Pizza und man hätte das alles auch direkt einmal gesundheitlich optimieren können, wenn man sich mit Ernährungsfachkräften ausgetauscht hätte und hätte dann diesen Step geschafft, dass wirklich auch Leute, die vielleicht wirklich mit der Ethik nichts zu tun haben, das aus rein egoistischen Gründen auch nehmen oder aufgrund der Klimabilanz, im Moment steuern wir auf das Gegenteil zu, das heißt, ja, es gibt mehr und es ist theoretisch erfreulich, meine Freude hält sich ehrlicherweise aber in Grenzen und da geht es nicht darum, dass das jetzt, wie manche sagen, ein hochverarbeitetes Produkt mit vielen Zusatzstoffen ist, das ist unsinnig, weil der Verarbeitungsgrad sagt noch nichts über den gesundheitlichen Wert aus, auch die Menge an Zutaten sagt nichts über den gesundheitlichen Wert aus, aber trotzdem ist es tatsächlich leider so, dass viele dieser Alternativprodukte schlecht angereichert sind und nicht optimal produziert sind und da steuern wir in eine falsche Richtung, weil wenn wir über, also es geht ja primär um den Begriff der Ausbeutung und Grausamkeit im Veganismus, der wiederum führt aber natürlich auch zu vermeidbarem Leid beziehungsweise zu dem Vermeiden von Leid in Bezug auf die Tierhaltung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass natürlich Menschen auch Tiere sind und wir uns in diesen Leidbegriff auch mit und auch in den Ausbeutungsbegriff mit reingeben müssen und zwar das kann selbst Selbstausbeutung bedeuten. Wenn wir uns für den Glauben an diese Sache, den Veganismus selbst ausbeuten, unsere Gesundheit ausbeuten und andere Leute dazu bringen, es uns gleich zu tun und wir sie damit indirekt ausbeuten und ihre Gesundheit aufs Spiel setzen, dann machen wir etwas, was nach unseren eigenen Definitionen, unseren eigenen Maßstäben höchst verwerflich und fraglich ist. Das ist aber etwas, was noch sehr aus und vor gelassen wird. Sieht man an der ganzen Ex-Vegan-Thematik, wo die mit Morddrohungen beworfen werden von ein paar überradikalen Menschen, aber zumindest auf jeden Fall ausgegrenzt werden und fast niemand die Frage stellt, warte mal, und wir haben ja darüber gesprochen, du hast gerade Eier vorhin im Vorgespräch als Beispiel genommen, da können wir sehr interessant darüber sprechen. Es ist kein Zufall, warum, aus meiner Sicht, nach meinem Verständnis der Datenlage, ist es kein Zufall, warum es einigen Menschen gerade mit so Produkten wie Eiern plötzlich wieder besser geht, weil da besser geht, weil da einige Nährstoffe drin sind, die wir, wenn ich hier sage, meine die vegane Bewegung, die die vegane Bewegung nicht am Schirm hat, weil sie eben nicht die ganz Bekannten von der DEE genannten sind und es da auch sehr viele interindividuelle Unterschiede gibt. Das heißt, für eine Person ist das mehr ein Problem als für die andere und so weiter und so fort und all diese Möglichkeiten, weil ich sehe das wirklich als Möglichkeit, wenn Menschen solche Erfahrungen machen, weil dann können wir daraus lernen und können es zukünftig vermeiden, das wird aber überwiegend nicht gemacht und das ist auch der Moment, wo ich dann aus vielerlei Gründen einfach aussteige, weil auch wenn ich aus privaten Gründen, wie gesagt, mich vegan ernähre, aus den philosophischen Aspekten, bin ich primär Ernährungsfachkraft und bin dafür verantwortlich, dass Menschen, wenn sie meinen Empfehlungen folgen, sich auch gesund ernähren und meine Position hat sich jetzt um 180 Grad geändert zu dem, was in Vegan-Klischadie publiziert wurde, aber es wurde deutlich differenzierter, weil eben im Laufe meiner Doktorarbeit gezwungen war, mich auf einer Ebene, einer Tiefe mit den einzelnen Themen auseinanderzusetzen, wie man es im Rahmen keines Buches jemals gemacht hätte, weil mir auch quasi der Sparringspartner gefehlt hat. Wenn man die kompetenteste Person im Raum ist, in einer Sache, ich bin in den meisten anderen sehr inkompetent, aber in einer Sache, die kompetenteste Person im Raum ist, ist das nicht gut, weil dann hat man quasi, fehlt eben der Partner für das Sparring und mein Doktorvater ist um ein Vielfaches kompetenter wie ich, ist nicht vegan, ist dem Thema aber aufgeschlossen und hat deswegen auch mich angenommen, um bei ihm zu promovieren und mit ihm haben wir sehr, sehr viele, sehr wichtige Themen besprochen und Nährstoffe besprochen, die sehr wenig Beachtung finden. Und der letzte Punkt, dann ist mein Monolog zu Ende. Wir haben auch gemerkt, dass es einige lebensnotwendige Nährstoffe gibt, die erst seit 20 Jahren überhaupt essentiell klassifiziert sind, die es noch nicht einmal in die Fachbücher geschafft haben. Das heißt, Leute, selbst wenn sie Ernährungswissenschaften studieren, haben sie immer noch nicht den Status Quo der tatsächlichen wissenschaftlichen Literatur gelehrt, weil das ein langsamer Prozess ist und es ist meistens auch egal, weil es eben nicht so kritisch ist, es sei denn, du beschneidest deinen Speiseplan um einen sehr großen Anteil zum Beispiel um alle tierischen Produkte oder auch um alle pflanzlichen, in der anderen Seite, in der Carnivore Ernährung. Beide haben dieselben ideologischen Probleme. Beides ist in vielen Fällen leider Ideologie und ich hoffe, dass wir das überwinden können. Sorry für den langen Monorlog. Nee, es ist super, super spannend, was du alles jetzt gesagt hast und das bringt mich natürlich jetzt auch gerade auf viele verschiedene Fragen. Vielleicht beantwortest du die allein jetzt mit dieser ersten Frage, wo ich jetzt mal rein will und zwar Menschentypen. Ist es überhaupt möglich für jeden Menschentypen auch vegan zu werden? Weil ich persönlich, ich bin jetzt auch seit acht Jahren vegan, du hast vorhin gesagt, du bist bald seit zehn Jahren, hast du dein Jubiläum. Ich supplementiere natürlich entsprechend auch immer noch sehr vorbildlich, wie ich das auch schon in Bodybuilding-Zeiten gemacht habe und würde jetzt sagen, dass ich aufgrund deines Buchs damals auch ein ziemlich gutes Basiswissen habe, was Ernährung betrifft, auch die vegane Ernährung. Aber trotzdem höre ich immer wieder von Menschen, die scheinbar auch sehr gewissenhaft sind mit ihrer Ernährung, aber irgendwie es nicht hinkriegen und dann immer wieder sagen, hey, für mich ist vegan nichts. Das ist nicht für jeden gleich. Und das ist so das, was ich jetzt auch im Seitgeist in der Gesellschaft immer wieder mehr mitkriege, dass viele Menschen einfach sagen, hey, Veganismus, mein Körper, der hat das einfach irgendwann gesucht, wieder dieses Ei oder dieses Fleisch. Was sagt die Wissenschaft dazu? Also was ist da Stand heute wirklich bereits nachweisbar? Sehr wichtige Frage. Letztendlich ist es in solchen Fragen leider immer noch so eine Mischung aus wissenschaftlicher Evidenz und pragmatischen und naheliegenden Überlegungen, weil viele Dinge nicht erforscht sind. Das muss man einfach wissen, dass es zwar in den letzten Jahren einiges an neuer Forschung auch zum Thema der Veganernährung gab, aber noch bei Weitem nicht so viel, dass man die gängigsten offenen Fragen mit großer Sicherheit beantworten kann. Aber man kann mittlerweile vieles sagen. Und genau, was du angesprochen hast, ist etwas, wo wir ein bisschen mehr Zeit drin verbringen müssen, weil es so eine wichtige Kernfrage ist. Und diese Kernfrage, kann jede Person vegan ernährt werden? ist einmal auf der Meta-Ebene mit einem klaren Ja-Aber zu beantworten. Denn grundsätzlich, und das ist ja auch einer der Kernsätze, die ich sehr oft spreche, ich würde sogar sagen, die ich auch in Deutschland sehr geprägt habe, das Problem ist nur, dass nach dem Kernsatz bei mir immer noch sehr viele Abers und viele Ausführungen folgen, wenn Leute mir das danach reden oder manchmal auch Zitate ausgeschnitten werden, es aber hier aufhört. Und das ist ein Problem, deswegen sollte man vielleicht auch vorsichtig sein, wenn man ein Zitat auf Instagram sieht. Weil es ist ein großes Ja-Aber, denn tierische Produkte haben grundsätzlich einmal, genauso wie auch pflanzliche und auch bilzbasierte Produkte, kein unabdingbares Monopol auf irgendeinen lebensnotwendigen Nährstoff. Durch gewisse Fermentationstechniken, durch verschiedenste Lebensmittelproduktionsverfahren kann man alles, was man an der Pflanze schätzt, auch ins Tier reinkriegen und alles, was man am Tier schätzt, auch in der Pflanze reinkriegen. Das ist also mal ein wichtiger Grundsatz, deswegen ja, grundsätzlich schon, aber man muss A, wissen, was überhaupt alles im Tier drin ist, was ich auch als Mensch brauche, wenn ich das nicht genau weiß und wir wissen, also wenn ich mir nur das Positionspapier der Fachgesellschaften angucke zur Veganernährung, egal ob in Deutschland oder auch in den USA, sprich in Deutschland, wo es abgelehnt wird oder in den USA, wo es befürwortet wird, beide sprechen nicht die gesamte Summe an Nährstoffen aus tierischen Produkten an, die mir nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt zur Verfügung stellen, wenn ich mich vegan ernähre. Das heißt, unter der Voraussetzung, dass wir wissen, welche Nährstoffe wir in welcher Menge brauchen und die auch in entsprechender Qualität und Bioverfügbarkeit in die pflanzlichen Produkte kriegen können, ja, wunderbar. Dann gibt es natürlich auch ein paar Punkte wie, wie viele Ballaststoffe vertrage ich wirklich als Person, manche mehr, manche weniger, dieses Whole Food Plan Based ist alles so vollwertig wie möglich und sobald etwas verarbeitet ist, ist es schlecht, ist es ein wahnsinnig ideologischer Gedanke, von dem man sich auch verabschieden muss. Das heißt, es ist möglich, aber nur mit einem, und das ist eben davon abhängig, wie gut oder schlecht die genetische Adaption an dieser Art der Ernährung ist, es ist möglich mit mehr oder weniger Aufwand und das macht es so tricky, weil dann viele Veganer natürlich auch blind und taub für Kritik sind, weil sie sagen, hey, ich ernähre mich jetzt ja schon so und so viele Jahre vegan und wenn ich das kann, wir sind ja quasi alle Menschen und vor allem vielleicht, ich bin in Deutschland geboren, also ich bin in Österreich geboren, aber eine Person in Deutschland ernährt sich vegan, es geht ihr gut, supplementiert, die andere Person macht genau dasselbe, es geht ihr weniger gut, dann würde man als vegane Person vielleicht auch wirklich geneigt sein zu sagen, naja, warte mal, vielleicht lügst du, vielleicht machst du es doch nicht so gut, weil warum sollte es für mich klappen und für dich nicht, naja, der Unterschied ist, weil wir nicht alle gleich sind und das hat jetzt nichts damit zu tun, mit Menschen zu diskriminieren oder nach irgendwelchen seltsamen Kriterien in Schubladen einzuteilen, weil diese Kernaussage und die ist ja auch auf jeder Ebene wichtig, das darf man heutzutage ja kaum noch sagen, Menschen sind nicht gleich, Männer sind nicht gleich wie Frauen, Kinder sind nicht gleich wie Erwachsene, Senioren, und das heißt nicht, dass wir sie deswegen schlechter oder anders, dass wir sie nicht schlechter behandeln, aber man muss entsprechend der jeweiligen Physiologie einfach Unterschiede machen und man, um ein paar konkrete Beispiele zu nennen, weil das wird vielleicht sonst zu abstrakt, ich nenne vielleicht eine Handvoll, beispielsweise, Vitamin A, es gibt vier fettlösliche Vitamine, Vitamin A ist einer, Vitamin A nennt sich Retinol in der Wissenschaft und Retinol ist ein Vitamin, das ausschließlich in tierischen Produkten vorkommt, das ist einmal wichtig zu wissen, der menschliche Körper hat aber die Möglichkeit, aus verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen, die Carotinoide, vor allem Beta-Carotin ist das bekannteste, kann aus diesen sekundären Pflanzenstoffen über Stoffwechselprozesse selbst Vitamin A produzieren und für die meisten ist diese biochemische Plausibilität und die theoretische Möglichkeit, dass dieser Vorgang passiert, Grund genug das Thema Vitamin A aus ihrem Gedankenkreis zu exkludieren, wenn man sagt, hey, ich esse genug Karotten und Süßkartoffeln, dann wird es doch passen. Und für sehr viele wird das auch der Fall sein, für die überwiegenden Teil. Wir wissen nicht genau, wie hoch der Anteil an Menschen ist, die das nicht oder nur sehr eingeschränkt können, aber wir wissen genau, welche genetischen Polymorphismen dafür verantwortlich sind, dass man besser oder schlechter konvertiert. Und die meisten Menschen wissen aber nicht, welcher Gentyp sie sind. Man könnte es testen, aber sie wissen es nicht. Ein anderes Beispiel, wenn wir vielleicht später nochmal über die spezielle Situation des Eis sprechen. Ich würde sagen, es ist kein Zufall, dass wir einen Nährstoff namens Cholin, ehemals Vitamin B4, haben und kennen, der erstens einmal in sämtlichen Fachpositionen gar nicht Erwähnung findet, in den allermeisten veganen Büchern quasi keine Erwähnung findet, der nach Leber am dichtesten konzentriert in Eiern ist. Und Leber ist jetzt kein sehr gängiges Lebensmittel für die meisten, das heißt, für die Durchschnittspersonen in Deutschland ist Ei die mit großem Abstand gängigste Cholin-Quelle. So viel Cholin wie in einem Ei findet man im gesamten veganen Speiseplan zumeist nicht. Das Problem ist, wir wissen gar nicht genau, wie viel Cholin in sämtlichen Pflanzen drin ist, weil es ist weniger forscht. Wir wissen aber im Schnitt ist es um ein Vielfaches weniger. Wir wissen nicht, wie gut das Bio verfügbar ist, aber wir wissen, es ist viel weniger. Und wir wissen unter anderem, dass Cholin in der Gehirnentwicklung das Ungeborene und auch dann das Neugeborene eine ertragende Rolle spielt. Das ist ein sehr wichtiger Stoff und viele Veganer beschreiben mit dem Term Brain Fog ihren mentalen Zustand. Wenn sie sagen, es fühlt sich an, als könnt ihr nicht klar denken, als wären meine Gedanken etwas vernebelt und ich esse ein Ei und plötzlich geht es mir besser. So, wenn jetzt jemand ein Ei isst und eine Minute später sagt, es geht ihm besser, das ist Placebo oder Notsebo. Das ist Unsinn. Aber wenn Menschen ein Ei essen und dann noch ein Ei essen am nächsten Tag und quasi nach zwei Wochen einmal in sich reinhören, wie es ihnen geht und dann plötzlich eine Verbesserung erfahren, hat das für mich zumindest mehr als genug Plausibilität, damit man sich damit beschäftigt. Diese Publikation, die aus meiner Sicht ein Meilenstein in der ernährungswissenschaftlichen Forschung ist, wurde in der veganen Bewegung quasi mit einem Fingerschnipsen abgewiesen und als biased abgetan, ohne sich mit den Inhalten zu beschäftigen, weil eine der Hauptautorinnen starke Verbindungen zur Eierindustrie hat. Also ein Conflict of Interest, der niemals versteckt wurde, der ist ja in wissenschaftlichen Publikationen, ist dieser Conflict of Interest ausgewiesen, um genau das zu wissen. Aber nur weil ein Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin einen Conflict of Interest hat, macht das ihre Position nicht automatisch invalide, sondern eine invalide Position macht eine Position invalide. Weil man muss da halt, also A, man muss einmal mindestens mit gleichem Maß messen, weil wenn man dieser Wissenschaftlerin aus Prinzip nicht traut, weil sie eine Position vertritt, die Eier befürwortet und den Verzicht auf Eier ablehnt, weil sie mit der Eierindustrie zusammenhängt, dann müsste man aus Prinzip sämtliche Dinge, die ich jemals publiziert habe, ablehnen, weil ich mich vegan ernähre. Das heißt, man muss sich halt entscheiden. Also entweder man sagt, okay, ich bin ideologisch und ich messe aber wenigstens nicht mit zweierlei Maß und bin konsequent in meiner inkonsequent. Oder, was sie vorschlagen würde, ich lasse die Inhalte sprechen. Und das ist eigentlich vollkommen egal, woher eine Publikation kommt. Klar, wenn jetzt jemand gar keine Vorbildung in dem Bereich hätte, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass die Person ein wahnsinnig gutes Paper veröffentlicht, aber maybe. Also wir werden es ja eh merken, wenn wir uns das Paper angucken. Und das haben wir auch getan und mussten feststellen, zu meinem Leidwesen, weil mir wäre es natürlich lieber, wenn Veganismus für alle super easy klappt und wir gar nicht wirklich mehr darüber differenziert sprechen müssten, aber das ist nicht der Fall. Und als ich mich mit den Daten auseinandergesetzt habe, wurde sehr klar deutlich, dass sie da einen wichtigen Punkt anspricht und wir mehr Forschung bräuchten, um da mehr definitive Aussagen zu treffen. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir mittlerweile die Forschungsgelder, die aus den Verkäufen von den Watson-Nahrungsergänzungsmitteln beim Benjamin landen, zum großen Teil auch in Forschung investieren, um genau diese Fragen zu beantworten. Aber der Grund, warum ich jetzt zum Beispiel über Colleen spreche, hat nichts damit zu tun, dass Leute ein Colleen-Supplement beim Benjamin kaufen oder auch nicht, können es auch woanders kaufen oder halt weglassen. Aber nicht darüber zu sprechen, wäre absurd, weil es einfach ein wichtiges Thema ist und wir würden, also wir wollen ja auch nicht angelogen werden. Manche Leute gefühlt schon, die wollen nicht hören, wenn es irgendwelche Fragezeichen gibt, aber eigentlich wollen wir ja zu uns selbst und zu anderen ehrlich sein und zwar auf jeder Ebene und da gehört halt auch dazu, Dinge anzusprechen, die der eigenen Wertevorstellung nicht entsprechen, weil ansonsten ist es eine Ideologie, eine totalitäre Ideologie und egal wie viel wir denken, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte sind, das dachten vermutlich alle Anhänger von jeder totalitären Ideologie oder zumindest die aller, allermeisten, merkt man dann, dass es halt nicht funktioniert, weil egal wie gut die Grundidee ist, es driftet immer in eine korrupte und einfach schädliche Richtung ab, wenn wir nicht mehr denken, wenn wir fragen, was sagt die Ideologie und wenn die Ideologie sagt, das kann nicht sein, dann kann es nicht sein in den Augen und den Köpfen dieser Menschen und das freut mich, dass du das nicht so tust und dass du deine Reichweite nutzt, um über sowas mit mir zu sprechen, aber sehr, sehr oft hatte ich das auch schon, wo ich mit Kollegen und Kolleginnen in deren Formaten gesprochen habe und dann hieß es so, nee, sorry, das können wir nicht drin lassen, und das wäre jetzt auch ein bisschen zu kontrovers, heißt dann. Wow. Und das war auch einer der Gründe, warum das Buchprojekt gescheitert ist zum Thema vegane Kindernährung, weißt du, weil es gibt keine Lebensphase, die sensibler ist als die Phase der Schwangerschaft beziehungsweise die Phase kurz vor der Schwangerschaft, das erste Trimester, der weitere Verlauf der Schwangerschaft sowie die Stillzeit und da hat Ideologie gar keinen Platz, weil wenn wir ein Buch publizieren, erstens einmal, darf man Anfang nicht feststehen, was das Ergebnis ist. Es kann sein, dass wir ein Buch über vegane Kindernährung schreiben und am Ende die Quintessenz ist, wir empfehlen es nicht. So, wenn aber Leute ein Buch gemeinsam schreiben, wo quasi das Endergebnis schon feststehen soll und man jetzt nur noch Wege sucht, um das sozusagen dahin zu leiten, dann ist das im besten Fall eine Ideologie, ansonsten alle anderen Möglichkeiten werden noch unangenehmer für die Person. Zum einen und zum anderen, wenn man eben über gewisse Dinge nicht Bescheid weiß oder sich nicht darum kümmern möchte, einfach die außen vor zu lassen, weil es ist ein Unterschied zwischen nicht die Unwahrheit in einer Publikation zu schreiben und Dinge einfach nicht anzusprechen, entweder aus Unwissenheit oder aus Berechnung und als mir dann die Texte vorlagen und mir klar wurde, dass wahnsinnig viel fehlt, dass wahnsinnig viel zu undifferenziert ist und ich den Dialog gesucht habe, dass wir da gemeinsam an dem Buch arbeiten, ich habe dann auch über ein Jahr an deren Kapitel gearbeitet und versucht, das so auf eine Ebene zu bringen, dass es publikationsfähig ist, sind wir einfach komplett aneinander geraten und habe halt auch nicht zum ersten Mal leider merken müssen eben, wie ideologisch verhaftet einige Leute in dem Thema sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist der Grund, weil sich viele Leute auch fragen, warum das Buch nicht kam, weil wir keinen gemeinsamen Grund, also keinen gemeinsamen Grund und Boden gefunden haben, um sowas zu publizieren, weil meine Meinung, Status quo heute, wir haben jetzt auch abgebrochen, natürlich, hier muss ich jetzt meine Doktorarbeit schreiben, aber ich habe meine Doktorarbeit extra auch mal ein Jahr verschoben, Status quo heute ist, es gibt sehr viele offene Fragen und bis man die nicht sehr klar beantworten kann, muss man entweder einfach sehr konservativ supplementieren, das ist eine Möglichkeit, also einfach sehr viel mehr supplementieren, als man unbedingt braucht, weil es halt viele Fragezeichen gibt, oder man wird eben gucken, ob man den Begriff des Veganismus etwas näher an seiner ursprünglichen Definition hält, aber eben etwas ins Heute gebracht, nämlich einer der Kernsätze der veganen Definition ist, Veganismus bedeutet so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, das ist ein wichtiger Einschub, Ausbeutung und Grausamkeit gegenüber fühlenden Lebewesen zu vermeiden. So, erstens, wenn mein Kind als fühlendes Lebewesen darunter leidet, ist er schon mal nicht vegan, die Art und Weise, wie ich es ernähre, wichtiger Punkt und Nummer zwei, nicht jedes Tierprodukt verursacht immer im selben Maße Ausbeutung, Grausamkeit und ähnliches und da muss man dann eben gucken, man muss einfach differenziert abwägen, wie stark ist das Leid auf der einen Seite, die Ausbeutung, die Grausamkeit etc. und wie stark ist es auf der anderen Seite, wie wir es halt auch in jedem anderen Lebensbereich machen, wenn wir keiner blinden Ideologie folgen und das waren eben viele Themen, wo es einfach keinen gemeinsamen Nenner mehr gab und was mir am meisten erschüttert hat, als ich das dann, natürlich, also ich kommuniziere es jetzt gerade ein bisschen deutlicher als in meinem öffentlichen Post, weil ich auch öffentlich einfach keinen großen, wie soll man sagen, keinen großen Streit vom Zaun brechen wollte, sondern einfach nur gesagt habe, hey, wir sind nicht zusammengekommen und aber ehrlicherweise, der Grund auch, warum es so oft verschoben wurde, ich habe halt versucht, die Inhalte noch einmal zu überarbeiten, damit es auch dem Qualitätsstandard entspricht, den ihr ja haben wollt. Und es waren, ich habe es nicht gezählt, ich wollte Hunderte sagen, gefühlt waren es Hunderte, vielleicht waren es auch nur Hunderte, aber es waren sehr, sehr, sehr viele Menschen, die auch Vegan in dem Profilbild oder ihren Profilnamen haben, die das mir angekreidet haben, wie ich denn dazu komme, andere Vertreter der veganen Bewegung schlecht zu reden, weil wir sind ja alle ein Team und man darf doch auf gar keinen Fall etwas Negatives über jemanden sagen, der demselben Team angehört. Und das ist alles sehr gefährlich und frustriert mich. Hey, vielen Dank, dass du das so offen hier auf diesem Podcast teilst. Ich meine, das Motto hier ist ja Gespräche, die bewegen und das bewegt mich jetzt gerade sehr, weil ich sehr ähnliche Beobachtungen gemacht habe und auch sehr froh bin, dass wir das jetzt hier so offen und ehrlich diskutieren können. Ich meine, ich habe auch vor vier Jahren damals mein Supplement rausgebracht, was sich x-tausend Mal verkauft hat, jeden Monat und habe jetzt mittlerweile auch eine neue Rezeptur rausgebracht, genau auf Basis dieser zwei Nährstoffe, die du genannt hast, also Vitamin A. Das war übrigens sogar tatsächlich bei meiner Ex-Freundin ein Thema. Also das hat sie rausgefunden durch einen genetischen Test, so einen DNA-Test, dass sie zu diesen Low Converting von Beta-Carotin gehört und deswegen auch mit ihrer Haut scheinbar Probleme hatte. Und Colleen ist ja auch ein Thema, das ich jetzt super gespannt bin, ob ich jetzt da einen Unterschied merken werde, wenn ich jetzt dann mein All-in-One, mein neues trinken werde, weil ich habe das nie supplementiert und bin auch sehr gespannt auf die gefühlten Effekte. Und was ich auch noch hinzufügen wollte, ist einfach auch so diese Ideologie, das einfach noch mal für die Zuhörer, dass sie das verstehen. Also wo ich es für mich gemerkt habe, dass ich wirklich dieser Ideologie ein bisschen so auf dem Leim bin, ist, wo ich realisiert habe, wie inflexibel ich geworden bin. Also ich habe diese Story schon mal geteilt in Namibia, das war vor drei Jahren. Da habe ich mich, glaube ich, eine Woche lang von Kartoffeln und Oreos und irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, also nicht wirklich viel Gemüse ernährt. Einfach, um jetzt nicht irgendwie da die ganzen Sachen zu essen, die tierische Produkte enthielten. Und ich kann mich erinnern, auch im Flugzeug, das war immer so, wenn die dann Brot serviert haben, habe ich immer gefragt, ja, hat das Brot Milchprodukte drin? Also ich habe da wirklich versucht, immer rauszufinden, ist es vegan? Und meine Ex-Freundin hat sich damals auch zum Teil genervt, im Sinne von, die hat dann schon reingebissen ins Brot und dann kam die Frau und hat gesagt, nein, es hat Milch drin und dann hat sie sich schlecht gefühlt und ich habe es dann gar nicht mehr gegessen und hatte dann Hunger. Und da habe ich dann irgendwann eben genau, das hast du gesagt, das gemerkt, so im Sinne von, es muss immer noch im Alltag umsetzbar sein, es muss immer noch irgendwie menschlich bleiben und Honig habe ich zum Beispiel auch nie extrem verfolgt, den jetzt zu streichen. Also ich habe nie Honig gekauft, aber ich habe ihn immer in Hotels, wenn es den gab, aus der Schweiz, habe ich den gegessen und habe letztens dann auch zum ersten Mal eine Entscheidung gemacht, die wirklich auch Überwindung gekostet hat und zwar war ich bei Vivo Barefoot im Store in Zürich und wollte mir neue Hikingschuhe kaufen und dann gab es diesen einen Boot, der war wasserdicht und einfach so der geilste Boot und ich habe eigentlich immer, ich weiß nicht, woher das war, aber ich habe immer gemeint, dass Vivo Barefoot vegan war, komplett und dann bin ich bei der Kasse und realisiere plötzlich, als ich die Kaufentscheidung schon gemacht habe für mich, so dass der nicht vegan ist, und ich so, scheiße, und dann habe ich gesagt, weißt du was, scheiß drauf, ich will genau diesen Schuh, ich will, dass der wasserdicht ist, ich werde diesen Schuh die nächsten Jahre rocken und habe einfach zum ersten Mal diese Befreiung gespürt, so im Sinne von, okay, ich ernähre mich immer noch vegan, aber den, den Kauf täte ich jetzt und ich habe ihn nicht bereut und das war dann ja auch das erste Mal, wo ich eben gemerkt habe, dass diese, das ist wie mit allem, oder ich habe ja auch schon sehr viele Videos zum Thema Monogamie gemacht und, und dass es auch eine Ideologie ist, insofern, dass es eben alles, alles was der Mensch sich ausdenkt und Grenzen zieht, die dann nicht mehr vom wahrhaftigen Leben, das immer in Veränderung ist, wirklich auch, das geht einfach nicht mehr, es ist dann so diese Impermanenz, dieses alles kommt und geht und damit auch die Wissenschaft, die immer neue Erkenntnisse macht und damit ist jede Ideologie einfach eingefahren und deswegen würde es mich einfach interessieren, jetzt vielleicht auch nochmal zu dir, was war denn damals dein Nummer eins Grund, warum du vegan geworden bist und wie hat sich das vielleicht bei dir persönlich jetzt so entwickelt, also gab es bei dir auch mal so einen Moment, wo du schwach wurdest oder vielleicht eine Ausnahme gemacht hast oder eine Kaufentscheidung gemacht hast, ganz bewusst, die nicht vegan war. Gehe gerne darauf ein, kurz noch zwei Gedanken, die mir im Zuge deiner Erzählung noch wichtig sind beziehungsweise eine Sache, die einfach inhaltlich noch den Hörern schuldig bin, weil du auch Kolin angesprochen hast, weil hier kommt ja dieselbe Frage, wie kann es denn sein, dass beispielsweise Mischa jetzt schon seit Jahren vegan ist, sich nicht wirklich um sein Kolin gekümmert hat und andere Menschen ein Ei essen und es geht ihnen wieder besser, kann das sein, dass die einfach sich das einbilden? Zwei wichtige Aspekte, zum einen einmal die genetischen Unterschiede erneut. Es gibt Kolin-Bildner, die also Genetic High and Low Choline Synthesizers, die, ich glaube, das wäre der beste Begriff, also es geht einfach darum, Kolin kann aus unterschiedlichen Ausgangsstoffen synthetisiert werden und wie gut oder schlecht wir das machen, hängt mit zwei Dingen zusammen. Zum einen, wie gut ist unser genetisches Make-up, auch hier kennen wir die genetischen Polymorphismen, die das besser oder schlechter machen und Nummer zwei, wie gut ist deine Zufuhr an den Ausgangsstoffen, die ja die meisten auch nicht tracken. Das heißt, wir könnten selbst einmal einen genetischen High Converter haben oder High Synthesizer haben, der aber die Ausgangsstoffe nicht ausreichend zu sich nimmt. Oder im Umkehrschluss jemanden, der vielleicht sogar ein genetischer Low Converter oder Synthesizer ist, aber einfach so gut mit den Ausgangsstoffen versorgt ist, dass trotz der eingeschränkten Fähigkeit des Selbstzubildenden es reicht und vielleicht, es gibt ja mit Sojaprodukten und Brokkoli und ein paar Handvoll anderen Lebensmitteln halbeckscholinreiche Lebensmittel oder halbeckscholinhaltige Lebensmittel. Das heißt, es gibt einfach mehrere Gründe und das heißt, es sind, dass jede Person jetzt denken muss, oh mein Gott, ich habe sicherlich jetzt ein Problem seit Jahren, aber man sollte sich dessen bewusst sein und das andere, was den meisten Menschen erst retrospektiv bewusst wird und das ist auch ein schwieriges Thema, vielen Leuten ist es nicht bewusst, wie schlecht es ihnen geht, bis es ihnen besser geht. Und das sage ich wirklich mit allem Mitgefühl, was ihr aufbringen kann, egal wie ideologisch verhaftet Leute davor sind, weil wenn man graduell, sei es jetzt, was die kognitiven Fähigkeiten angeht, was das Körperbewusstsein angeht, die Hautqualität, was auch immer, wir alle werden älter, wir haben bessere und schlechtere Tage, aber viele Menschen, vor allem wenn man sie etwas länger nicht gesehen hat, trifft man wieder und merkt, da ist irgendwas nicht gut gelaufen und das kann viele Gründe haben, aber wenn man vor allem als Ernährungswissenschaftler sich mit ihrer Ernährung beschäftigt, im anti-veganen Kosmos wird das als Vegan-Phase bezeichnet, das ist lustig, dass es einen Begriff dafür gibt und das ist auch etwas, was Nichtwissenschaftlern auffällt und das kommt nicht ganz von ungefähr, aber natürlich, wenn du dich täglich in den Spiegel guckst, dann merkst du, also ich habe nicht gemerkt, dass ich in den letzten 20 Jahren anders aussehe, weißt du, weil man sieht sich ja jeden Tag im Spiegel, mir wird wahrscheinlich auch nicht auffallen, wenn ich in sehr kleinen Schritten meine Schlafqualität einbüße oder vielleicht meine geistige Flexibilität langsam, wir merken es, wenn es sehr drastisch geht, sehr drastisch nach unten geht es meistens nicht, es geht meistens graduell, drastisch nach oben kann es aber gehen, wenn wir eben quasi diese Nährstoffe dann wieder zuführen und das ist dann der Moment, wo selbst einige sehr ideologisch verhaftete Personen in dem veganen Kosmos, die heute nicht mehr vegan sind, gemerkt haben, so oh shit, da ist irgendwas komplett schief gelaufen und das Problem ist, dass erneut sie halt von einer Ideologie in die nächste stolpern, weil nur, weil man jetzt gemerkt hat, es gibt vielleicht ein, zwei mehr Themen, die man beachten müsste, sollte der nächste Schritt nicht heißen, ich ernähre mich jetzt Karnivor, mach das genaue Gegenteil. Ja, genau. Weißt du, es gibt da noch sehr viel mehr Graubereiche. Naja, das heißt, das ist der Punkt zum Kolin. Zum anderen Punkt, mit den Kaufentscheidungen, leitet dann ja auch zu meiner Antwort auf deine eigene Frage hin, wir müssen halt die Komplexität der Welt uns vor Augen halten, denn ich persönlich würde es ja sehr bewundernswert finden, wenn es Menschen gibt, die das, was wir weitestgehend als perfekten Veganismus benennen würden, durchziehen würden und in allen anderen Lebensbereichen ebenso konsequent wären, weil dann sind das Homo Deus, Übermenschen, hätte die größten Respekt davor. Und ohne jetzt, weil es soll jetzt auch in kein, weiß ich nicht, Du-aber-auch-Argument ummünzen, weil nur weil eine Person in einem anderen Bereich irgendwas katastrophal macht, devalidiert das natürlich noch nicht per se die vegane Position. worauf ich nur hinaus möchte ist, viele Personen konzentrieren sich nur darauf, dass sie quasi nach ihren eigenen Vorstellungen in dem perfekten Veganismus leben und wenn man sich viele andere Lebensbereiche anguckt, dann versagen sie da katastrophal, auch auf ethischer Ebene. Wie oft ihr menschliches Versagen bei strikten Veganern entweder mir gegenüber oder anderen gegenüber, Betrug, Lug, alles mögliche, Lug und Betrug, ist ein Wort, oder? Sagt man im Deutschen, Lug und Betrug, mitbekommen. Und wie gesagt, nur weil ein Veganer sich schlecht verhält, macht es den Veganismus nicht schlecht, aber es zeigt und kaum eine Person, glaube ich, hat das mehr miterlebt, als ich, der auf sämtlichen veganen Veranstaltungen war, die meisten veganen Unternehmen kennt, wahnsinnig viele Co-Autoren im Laufe der Zeit hatte, viele sind großartige Menschen und viele sind furchtbare Menschen, so wie halt auch in allen anderen Lebensbereichen, egal wie man sich ernährt. Und daher sollte man, finde ich, auch sehr vorsichtig mit seinem Zeigefinger sein als vegan lebende Person. Andere Personen, die vielleicht in Summe sogar, wenn man das jetzt sagen möchte, vielleicht die besseren Menschen sind, wenn man eine Skala, wenn man ein Excel-Sheet haben wollen würde und alle Lebensbereiche mit Punkten versehen, weißt du, also es ist schwierig, das zu berechnen, aber man kann das auch manchmal im Gefühl sehen. Nur weil du die eine Sache gut machst, gibt dir das noch nicht das Recht, den anderen Leuten mit allen auf den Sack zu gehen, wenn du dein eigenes Leben nicht geschissen kriegst. Weißt du, die meisten Menschen kriegen nicht einmal ihr eigenes Zimmer auf die Reihe, aber wollen die Welt verändern. Und das ist ein wirklich schwieriger Ansatz und ich verstehe das auch und vor zehn Jahren, weißt du, war ich sicherlich auch noch mehr in dem, dass ich die Welt unbedingt verändern wollte, so wie ich dachte, dass sie richtig ist und wie sie funktionieren soll. Heute versuche ich, die Welt einfach zu verstehen und wenn ich es irgendwann geschafft habe, sie in den meisten Aspekten zu verstehen, dann kann ich vielleicht versuchen, sie sehr vorsichtig zu verändern, weil jede Veränderung bringt potenziell natürlich auch eine Verschlimmbesserung mit, wenn man Probleme hat. Und genau, das heißt, und zurück zu deiner eigentlichen Frage, ich bin, also die Frage ist, bin ich vegan oder nicht? Also ich würde mich jetzt nicht als Veganer bezeichnen, weil aus den Gründen, die du genannt hast, es einfach schwierig ist, eine universell akzeptierte Definition dessen zu finden, weil auch wenn ich der Meinung bin, und ich würde schon sagen, dass ich Veganer bin, aber du wirst jemanden finden, der sagen wird, nee, das ist aber auf jeden Fall nicht vegan. Und deswegen, stelle ich mir diese, stelle ich mich sowohl mir gegenüber als auch anderen diese Diskussion gar nicht, weil es ja auch irrelevant ist. So, wie unangenehm ist es denn, wenn jene Eigenschaft, die mich als Mensch am meisten ausmacht, die Art und Weise ist, wie ich esse? Dann habe ich ja auf sehr vielen anderen Ebenen wahnsinnigen Nachholbedarf, wenn das Erste, was ich sage und das Erste, was mich meiner Meinung nach charakterisiert, meine Essentscheidung ist. Egal, wie wichtig sie ist, und sie ist sehr wichtig, sie ist sehr, sehr, sehr wichtig, aber wenn das das Einzige ist, dann ist es schwierig. Und es gibt im Leben einfach zu viele Graubereiche. Und da kann ich ja gerne nennen, wo ich zum Beispiel, es sind auch keine Ausnahmen, weil ich würde sie auch regelmäßig machen, wenn die Situation es zulässt. Weil meine, meine Grundsatzfrage ist nicht, ist etwas ein Tier, ist es eine Pflanze, ist es ein Pilz, weil dann merken wir, wie schnell wir da an Grenzen kommen. Ist jetzt zellbasiertes Fleisch zum Beispiel vegan oder nicht? Weil es wird ja aus einer tierischen Zelle gezüchtet, es ist aber ganz deutlich ein Tier. So, meiner Meinung nach ganz klar, weil Ausbeutung, Grausamkeit sind nicht Teil dessen. Dann kann man natürlich trotzdem sagen, ja, aber du musst ja eine Muskelbiopsie nehmen. Erstens, na, nicht immer, manchmal vielleicht ja, aber auch das ist deutlich, deutlich weniger ein Problem, als das Tier zu schlachten. Jetzt kann man sagen, naja, aber noch besser wäre gar nichts. Ja, vielleicht, aber A, vielleicht sind die Nährwerte so gut, dass sie auf anderer Seite leiten, minimieren in der Gesundheit der Menschen. Oder, es ist einfach unrealistisch, dass wir in absehbarer Zeit kein Fleisch mehr essen als Weltbevölkerung und vielleicht gibt es eine Lösung auf zum Beispiel diese Frage. Das heißt, Zellkulturfleisch und alle Produkte aus der zellbasierten Landwirtschaft würde ich essen. Also, A, mag ich viele, ich habe nie aufgehebt, Tierprodukte zu essen, weil ich die nicht mochte, gab es sicherlich ja Bord, die nicht mochte, aber einen großen Teil mochte ich sehr gerne und vor allem Käse, liebte ich so sehr, dass ich dachte, ein Leben ohne Parmesan wäre nicht lebenswert. Das heißt, das ist für mich nach allem, wie ich Veganismus verstehe und das ist ja das Ding, es ist ja eine philosophische Haltung und keine Religion. Das heißt, es gibt keine 10 Gebote, die dir sagen, was da Veganismus ist, sondern es ist eine philosophische Art und Weise, die Welt zu sehen und die muss halt auch zu einer Debatte offen stehen. Okay. Das heißt, jegliche Produkte der zellbasierten Landwirtschaft würde ich essen, beziehungsweise habe ich auch schon gegessen, wenn ich die Möglichkeit hatte. Natürlich würde ich mir wünschen, dass die alle ohne FPS, ohne fetales Kälberserum sind, weil das ist ein sehr grausamer Stoff, aber wenn es notwendig ist, diesen temporär zu verwenden, um mittelfristig und langfristig immense Fortschritte auch in der ethischen Ernährung der Menschen zu schaffen, dann würde ich sagen, das rechtfertigt es. Jetzt kann man sagen, für mich nicht. Okay, dann kann man darüber diskutieren, aber es per se abzulehnen, ist schwierig, weil wir würden ja auch, in den meisten Fällen, heißt das ja auch zum Beispiel, dass wir Medikamente nehmen würden und das sagt selbst die Vegan Society, Medikamente, die lebensnotwendig sind, kann man auch nehmen, wenn sie an Tierversuchen getestet wurden, also mit Tierversuchen getestet wurden, weil quasi der Tod des Menschen schwerer wiegt als der eh nicht mehr zu wiederholende Tierversuch, weil der wurde ja für die Zulassung verwendet, der muss jetzt ja nicht regelmäßig gemacht werden. Okay, da sind sich sogar die meisten einig. Ich würde aber sagen, dass man es zur Debatte stellen kann, dass es zwischen einem lebensnotwendigen Medikament und allen anderen Medikamenten sehr viele graue Stufen gibt. Das heißt, es gibt sehr viele Medikamente, die ich nehmen würde, auch wenn nicht mein Leben davon abhängt, sondern nur einige Lebensaspekte davon abhängen. Und dann muss man für sich möglichst ehrlich reflektieren, wie egoistisch bin ich gerade und sozusagen, wo setze ich die Grenze? Man sollte aber sich im Hinterkopf behalten, dass man in wahnsinnig vielen anderen Lebensbereichen nicht so handelt, wie es einige Veganer zum Beispiel in dieser Frage machen. Das ist der Versuch einfach, konsequent in meinen Überlegungen zu sein, in jedem Lebensbereich. Und das hat zu einigen interessanten Erkenntnissen geführt. Oder wenn ich in einem Restaurant bin und ich bestelle Pasta Pomodoro und sage, also entweder steht es eh nicht oben, dann vergesse ich immer mal zu sagen, wenn oben steht mit Parmesan, sage ich ohne Parmesan. Schweren Herzens, weil ich liebe Parmesan. Und wenn dann das mit Parmesan kommt, so dann ist meine Frage, ihr habt es ohne Parmesan bestellt, was passiert denn, wenn ihr es jetzt abserviert? Wird es dann von jemand anderem gegessen? Ist das die Küche? Freut ihr sich drüber? Kriege dann eine neue Portion ohne Parmesan? Wow. Oder wandelt es in den Müll? Weißt du? Weil wenn es in den Müll wandert, dann wäre niemandem geholfen, wenn ich es nicht esse. Das mag dann vielleicht für einige inkonsequent erscheinen. Für mich persönlich ist es letztendlich konsequent, weil nicht jede einzelne meiner Überlegungen nur auf dieser zweidimensionalen Ebene getroffen wird, ist es vegan oder nicht, sondern I love it. Weißt du, verursacht es Ressourcenverschwendung. Wie ist es einfach aus sehr vielen Ebenen zu bewerten? Und das führt eben dazu, dass man meistens, ich würde sogar sagen, wenn ich darüber nachdenke, werden mir wenige Beispiele einfallen, wo ich Entscheidungen treffen kann, die in jeder Ebene sämtlichen meinen ethischen Ansprüchen an mich und die Umwelt komplett genüge. Dafür ist die Welt einfach zu komplex und wir haben zu lange gar nicht darauf geachtet. Unsere Gesellschaft ist einfach nicht darauf ausgelegt und wir sollten versuchen, natürlich im Rahmen dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, Verbesserungen anzustreben, aber wir sollten das in einem auch für uns gesunden Maße machen. Und wie viele Veganer gibt es, die dabei ausbrennen, weil sie versuchen, ein Ideal zu kreieren und dem zu folgen, das einfach unrealistisch ist und vor allem, wie viel vernachlässigen sie dabei alle anderen Lebensbereiche? Oder viele vegane Menschen haben keinen Kontakt mehr mit ihren Freunden und ihrer Familie, wenn die nicht die gleichen Essentscheidungen wie sie treffen. Das würde mir niemals einfallen, weil... Hatte ich auch schon oft in meinen Coachings, wirklich Leute, die sehr stark darunter auch leiden unter ihrem eigenen Idealismus. Genau, das heißt, ich umgebe mich mit allen Menschen, die nach meiner Ansicht nach gute Menschen sind und mit denen wir gemeinsam ähnliche Ziele verfolgen. Und wir werden niemals alle Ziele gemeinsam verfolgen. Wenn wir uns zwei Minuten Zeit nehmen, werden wir mit Sicherheit zehn Themen finden, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind und wo wir andere Ziele verfolgen. Und das ist okay, weil zumindest können wir darüber sprechen. Und es gibt natürlich Teilbereiche, wo man sehr wenig Toleranz zeigt. Es gibt vielleicht Dinge, die... Also sehr plakativ, wenn jemand ein Rassist ist, dann finde ich, sollte man jetzt nicht sagen, ja, das ist deine Meinung und meine ist anders. Aber es gibt zwischen Rassismus und Fleisch essen oder Eier essen natürlich noch sehr viele Grenzen. Und in einer Gesellschaft, wo zum Beispiel das Essen von Tierprodukten komplett internalisiert und normalisiert ist, ist es ein bisschen viel verlangt von Menschen von heute auf morgen zu sagen, du musst jetzt alles verändern. vor allem auch mit den Argumenten, weil wir kommen ja vielleicht ein bisschen auf die Gesundheit mehr zu sprechen. Man kann auch eben aus rein ethischen Gründen nicht immer ganz klar sagen, jeder sollte sich vegan ernähren. Es kann zwar theoretisch jede Person, aber mir fallen genügend Beispiele ein, wo Menschen spezielle Primärerkrankungen haben, wo Menschen vielleicht einfach zu wenig Ernährungsbildung haben. Einfach ehrlicherweise mit aller Gutmüdigkeit einfach wirklich zu wenig IQ aufweisen, um diese komplexen Essenentscheidungen zu treffen. Sehr schöner Punkt. Wenn das normalisiert ist, ist es ja was anderes. Dann sinkt die Hemmschwelle. Aber solange die Hemmschwelle höher ist, verlangt es eine gewisse Denkarbeit. Oder Familien, die aus welchen Situationen auch immer gerade große Überforderungen haben, ihre Kinder überhaupt zu versorgen und zu erziehen. Dann noch diese Hürde draufzusetzen, wird dem Ganzen schaden. Oder Kinder, die vegan leben und weil sie gerade in der Pubertät sind, eben nur schwarz und weiß kennen und sich von ihrem Freundeskreis abwenden, in der Schule Schwierigkeiten kriegen, die sie nicht haben müssten und und und. Quasi ihr Leben, sich selbst und auch ihre Umgebung so schwer machen und sich aus der Gesellschaft auch verabschieden. Weil da kann man, selbst wenn man sich konsequent daraus verabschiedet, wird man nichts in der Gesellschaft verändern können, wenn man sich aus dieser verabschiedet. Das heißt, es sind, dass man nicht an manchen Stellen vielleicht nicht ein aktiver Teil der Gesellschaft sein möchte, aber wenn man das Ziel hat, eine Gesellschaft zu verändern und das muss man sich auch fragen, ob man das in jedem Bereich möchte, aber wenn man das in einem Bereich möchte, dann sollte man Teil dessen sein. Oder letztes Beispiel, wenn ich irgendwo bin, zum Beispiel auch jetzt gerade, ich bin im Haus von einem sehr guten Freund, von einem sehr geschätzten Kollegen, der sich nicht vegan ernährt. Das heißt, theoretisch dürft ihr gar nicht mit ihm sprechen, wenn ich diesem Dogmatismus und der Ideologie des extremen Veganismus anhaften würde. Ich schätze ihn aber sehr, sehr, sehr. Und als er die Wohnung oder das Haus verlassen hat, standen sehr viele angebrauchte Whey-Protein-Packungen und auch ein paar andere Sachen, Kollagen und weiteres. Und aufgrund des MHDs würden die nicht halten. Bis er wieder da ist. Und wir sind jetzt mehrere Monate hier. So, drei Möglichkeiten. Ich könnte es verschenken, im Glauben, dass es dann vielleicht eine andere Person nimmt und dadurch weniger Tierprodukte konsumiert. Ja, maybe, maybe not. Liegt nicht wirklich in meinem Einflussbereich. Es wäre außerdem aufwendig. Als wir neu hier ankamen, kannten wir auch niemanden. Das heißt, das ist für meine Sicht eine tragbare Option, die sinnvoll wäre. Ich kann es wegwerfen, weil es ist ja ein tierisches Produkt und dann kann ich es einfach ohne nachzudenken wegwerfen oder das stehen lassen und verderben lassen oder ich esse es. Und ich sehe keinen Grund, warum ich dieses Produkt nicht nach den Grundsätzen meiner ethischen Philosophie nicht essen sollte. Weil ja, es ist ein tierisches Produkt, aber es verursacht keinerlei Nachfrage. Es verändert generell nichts in der Welt, ob ich es esse oder nicht. und im Zweifelsfall müsste ich mir ja ein veganes, also ich muss mir kein veganes Proteinpulver kaufen, ich kann auch was anderes essen, aber ich müsste mir auf jeden Fall für diese Menge an Protein oder Glycin jetzt beim Kollagen eine andere Quelle natürlich zur Verfügung stellen lassen. Das heißt, ich müsste etwas kaufen, ich müsste konsumieren, mehr als notwendig. Und ich bin jetzt auch niemand, der zwanghaft minimalistisch ist, aber wenn eben in diesem Fall quasi mehrere Entscheidungen am Tisch sind, dann wäge ich die ab und nach meiner Meinung ist das die klügere Entscheidung. Ich verstehe aber, wenn Leute da anders, wenn Leute anders priorisieren, weil es ist nicht viel mehr als das, es ist eine primäre Priorisierung. Bei mir spielt jetzt da der Ekel rein. Also ich ekel mich mittlerweile, also ich muss auch sagen, ich bin da wirklich sehr prädestiniert, Veganer zu bleiben wahrscheinlich auch, weil ich ekel mich von Whey, einfach aus dem Idee, was das ist, auch Milchprodukte. Ich hatte mal irgendwann, hatte ich mal so einen Kuchen gegessen, der im Nachhinein scheinbar Butter drin hat. Ich habe es dann so geschmeckt und diese Säure im Mund, bei Eiern, wenn ich den Geruch von Eiern rieche, wird mir fast schlecht. Das heißt, ist es bei dir denn nicht so ein Thema, dass du mittlerweile auch so einen Ekel entwickelt hast gegenüber tierischen Produkten? Ja, aber, also nein, nein, aber, beziehungsweise nochmal kurz, um das einzuhaken, was mich sehr interessieren würde, war denn, hattest du primär, seitdem du dich zurückerinnern kannst, als du noch Tierprodukte gegessen hast, potenziell immer schon keine sehr große Zuneigung zu Tierprodukten, beziehungsweise ein bisschen mehr Abneigung als viele andere Mischköstler? Was ein Picky-Eater, was so Fleisch und Käse und Eier angeht, nur spezielle? Also, ich war schon immer extrem selektiv und habe entsprechend auch immer geguckt, was alles, was ich esse. Und wenn ich zum Beispiel jetzt an Chicken denke, das war nur geil, weil ich es hart gewürzt habe und selbst dann, wenn ich das jetzt rieche, der Geruch, der taugt mir einfach nicht mehr. Wenn ich jetzt so zurückdenke, also das Einzige, was ich, stand heute, immer noch nicht schlimm finde, vom Gedanken, ist Käse irgendwie, weil Käse einfach immer schon so, den habe ich immer gerne gegessen, wobei auch eine große Menge wahrscheinlich jetzt immer noch nicht, also sich immer noch für mich so vom Gefühl her, rein vom Magengefühl, nicht zwingend gut anfühlt. Ich hatte nie wirklich Bock auf Fisch, also das Einzige, was ich gegessen habe, war Sushi. Das Einzige, was ich jetzt dieses Jahr, letztes Jahr am Burning Man wieder hatte, da hat ein Kollege von mir, hat so die teuersten, hochwertigsten, krassesten Wagyu-Beefs gegrillt für sein ganzes Team, also für unser ganzes Camp. Und als ich das so gesehen habe, so dieses Steak, da habe ich so diese Erinnerung gehabt, wie ich früher selbst auch immer so diese Steaks gegrillt habe und er war noch ein Chefkoch, das ist doch so richtig krass gemacht. Und dann hatte ich schon so für einen Moment so diesen Reflex, so boah, jetzt hätte ich schon Bock, das mal wieder zu probieren. Zum Glück hat er aber zwei Beyond Burger für mich am Grill gehabt, das war dann auch nicht mehr so schlimm. Aber am Burning Man hatte ich ja sowieso so einen Grundhunger, weil man isst ein bisschen weniger dort und dann in dem Moment mit dem Geruch, das war so das Einzige. Wobei ich aber auch dort wieder rein vom Gedanken, vielleicht bin ich da gebrainwashed worden, ich weiß es nicht, also ich spreche es jetzt einfach offen aus, aber rein dieser Gedanke, ein totes Tier in meinem Bauch zu haben, das schreckt mich dann auch wieder ab. Also das heißt, als ich diesen Kuchen gegessen habe mit Butter drin, das hat mich jetzt nicht geschockt, aber sobald ich jetzt irgendwie die Idee hätte, Vollmilch trinken zu müssen oder Whey oder irgendwie Eier, ich weiß nicht, also Eier habe ich jetzt auch nie so zelebriert. Ich habe sie gegessen, weil sie Protein hatten, aber ich hatte immer schon so das Gefühl, dieser Schwefelgeruch, das ist eigentlich nicht so nice so. Warum ich frage, also auch das wurde niemals erforscht, von daher kann man, aber man könnte die Hypothese in den Raum stellen, dass du, also was man beobachten kann, du hast eine überdurchschnittliche Abneigung gegenüber Tierprodukten im Vergleich zu der allgemeinen Bevölkerung und nachdem du ja jetzt, es sei denn, du hast irgendwas, über die wir noch sprechen sollten, aber jetzt keine großen Probleme mit veganer Ernährung hast, vielleicht bist du vom Bodytype jemand, der besser jene Tierprodukte sozusagen kompensieren kann durch eine bessere Eigenproduktion und vielleicht hast du deswegen auch weniger Verlangen nach solchen tierischen Produkten. Ich habe jetzt auch kein Verlangen, dass ich schlaflose Nächte habe, aber wenn ich all die Dinge, die ich früher gerne gegessen habe, heute sehe, habe ich noch genauso Appetit wie vor 10 Jahren und ich kann dir noch genau sagen, wie Parmesan schmeckt in meiner Erinnerung. Beziehungsweise es gab ja auch mal Zeiten, wo er am Teller war und die nicht weggeworfen habe und er hat noch genauso geschmeckt wie vor 10 Jahren. Das heißt, bei mir ist es eine reine, weil du auch gefragt hast, was war mein Grund, vegan zu werden, das habe ich noch nicht beantwortet, eine rein rationale, von ethisch-philosophischen Motiven geprägte Entscheidung. Also der Grund, warum ich angefangen habe, Ernährung zu studieren, war ja, weil ich eher die Sorge hatte, dass es nicht gesund sein könnte und ich wollte eben mehr darüber wissen, wie ich ohne Milchprodukte genügend Calcium bekomme, ohne rotes Fleisch, das Eisen, Omega-3 und Jod ohne Fisch und so weiter. Aber es hatte nichts damit zu tun, dass ich am liebsten Gemüse gegessen habe. Im Gegenteil, Gemüse esse ich, seitdem ich vegan bin, in großer Menge. Davor war das Kastro ein großer Teil meiner Ernährung. Und von daher war ich auch immer sehr unbefangen, wenn es darum geht, die Gesundheitsfrage oder die ökologische Frage zu diskutieren, weil keines davon, also wenn klar ist, es gibt keine Möglichkeit, gesund, vegan zu leben, was nicht der Fall ist, aber wenn es diese gäbe, dann ist das ein Grund, nicht vegan zu essen. Klar. Wenn es die theoretische Möglichkeit gibt, dann muss man abwägen. Und dann muss man eben sagen, okay, es gibt einen Unterschied zwischen Stamm irgendwo in Afrika oder die Inuits und westliche Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz. dass man muss einmal situativ das bewerten und selbst innerhalb der jeweiligen Ländergrenze muss man eben gucken, was ist die genaue Situation. Ich persönlich habe, also es gibt eine Sache, die ich, auch wenn sie quasi sozusagen übrig bleibt, nie essen würde oder nie würde ich nicht sagen, aber mir aktuell nicht vorstellen kann und auch keinerlei verlangen habe und das ist, wie du sagst, Fleisch. Also ich sehe auch einen großen Unterschied innerhalb der Kategorie Tierprodukte und das ist, denke ich, auch gut und wichtig, weil wir immer differenzieren sollten. Es macht ja auch einen riesen Unterschied, ob ich mir ein gerettetes Huhn in den Garten hole, das quasi wie den König behandle und den ohnehin vorhandenen hohen Legetrieb nutze und die Eier nehme, um es zum Beispiel mir oder meinem Kind, was vielleicht nicht gut supplementieren kann, zu geben oder auf der anderen Seite eine Massentierhaltung zu unterstützen, wo wir eine Kuh schlachten, wo also Tod zwingender Bestandteil des Lebensmittels ist und wo das gesamte Leben auf Qual und Ausbeutung aufgebaut ist. Und selbst innerhalb von Fleisch, ja, alles endet mit dem Tod, aber wir haben ja selbst vor dem Gesetz, machen wir einen Unterschied zwischen Mord und Totschlag beispielsweise. Wenn du jetzt oder ich, beziehungsweise auf dich, wenn ich jetzt in eine Menge reinfahre mit Absicht und drei Leute töte, ist das vom Gesetz aus anderes wie der Moment, wo ich Kontrolle über mein Auto verliere und versehentlich in eine Menschenmenge reinfahre. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, es ist beides hier das Motiv zu essen, ja, aber trotzdem muss man unterscheiden. Eben zum einen, wie wichtig ist es denn wirklich für die Nährstoffversorgung der Allgemeinbevölkerung, das heißt, wie viel Leid würde dann entstehen oder wie viel Selbstausbeutung aus gesundheitlicher Sicht würde denn bestehen, wenn wir von heute auf morgen vegan werden. Wenn ich veganer Aktivist bin, deswegen finde ich das Wort Aktivist auch per se schwierig, dann muss ich ja nicht nur das Problem aufzeigen, sondern ich muss auch eine Lösung haben, weil ansonsten bin ich nur ein Meckerer. So, wenn ich ein Problem erkenne und eine Lösung parat habe, okay. Und das Problem ist offensichtlich, dass unser Mensch-Tier-Verhalten, die Mensch-Tier-Beziehung ganz, ganz hart aus dem Ruder gelaufen ist, dass wir ganz dringend eine Ernährungswende brauchen, aber wenn ich und auch ich habe keine Lösung, wie wir Deutschland von heute auf morgen vegan ernähren können, denn einfach nur weglassen führt nicht zu einer ausgewogenen Ernährung und würde mit ganz, ganz vielen anderen Problemen einhergehen. Das heißt, wir brauchen, es wird so oder so eine graduelle Wanderung werden, aber wir müssen uns nicht damit zufrieden geben, dass wir quasi unser Ziel erreicht haben, wenn eine Person wenig oder keine Tierprodukte ist, sondern das Ziel haben wir erreicht, wenn wir es geschafft haben, die Person ihren individuellen genetischen Prädispositionen entsprechend gesund ohne Tierprodukte zu ernähren oder mit weniger. Und dann ist es eben oft manchmal auch ein reduzieren. So, wenn eine Person sagt oder der Gentest es ergibt, sie kann sich quasi, sie müsste extrem viel supplementieren, beispielsweise um die Nährstoffe Choline und Aridonsäure und viele weitere aus einem Ei über Supplemente zuzuführen, braucht es finanziell wahrscheinlich den 3-, 4-, 5-fachen Aufwand im Vergleich zum hochwertigen Ei von Freilandhühnern. Und dann kann man sagen, wenn ich vielleicht noch hochwertigere Eier kaufe, die sind vielleicht doppelt so teuer, aber man wird eben deutlich günstiger auch ein verhältnismäßig ethisch akzeptables Tierprodukt bekommen können. Und es gibt Menschen, die 5 Kinder ernähren müssen, die vielleicht wirklich nicht die Möglichkeit haben oder auch nicht das Wissen haben. Deswegen muss man einfach hier viel mehr Graubereiche haben. Und ich kann nur eine Sache, nämlich meine Handlungen bewerten. Ich versuche, soweit es geht, stringent zu sein, bin aber auch hier offen für Graubereiche, bin aber niemand, der irgendeiner anderen Person was vorschreiben kann, sowieso nicht, und auch nicht möchte. Weil auch wenn Essen keine Privatsache im klassischen Sinne ist, genauso wie die meisten anderen Dinge, die wir im Alltag machen, weil es natürlich einen Einfluss auf andere Lebewesen hat. Wenn ich Fleisch esse, hat es einen Einfluss auf das Tier indirekt. Aber auch wenn ich der Meinung bin, dass wir es verändern sollten, liegt es einfach nicht in unserer, wie soll ich sagen, ist es nicht in unserem Kompetenzbereich, anderen Leuten Vorschriften zu machen, weil vielleicht liegen wir auch falsch. Und auch wenn die Chance ganz gering sein sollte, vielleicht liegen wir falsch. Wir können so lange Informationen streuen, Alternativen bieten und andere Wege aufzeigen, dass Leute, die freiwillig gehen, aber jemanden irgendwo hindurch zu zwängen, funktioniert nicht. Und dafür, also wir sehen ja auch, was politische Systeme hervorgebracht haben, die solche Eingriffe forciert haben. Das ist sehr schwer nach hinten gegangen. Und das ist natürlich ein anderes Themengebiet. Kannst du da ein Beispiel machen? Ja, also es gibt ja genügend totalitäre Regime, die... Aha, also jetzt nicht auf den Veganismus bezogen. Nee, nee, genau. Also es gibt ja zum Beispiel politische totalitäre Regime. Oder auch, ich meine, ich kann es auch im Veganismus zum Beispiel nennen, wenn du eine Familie hast, die auf Biegen und Brechen ihre Kinder vegan ernährt und das, wenn ich google, ich habe jetzt nicht im Blick, wie viele es dieses Jahr waren, aber wir finden in jedem Jahr genügend Schlagzeilen weltweit von Eltern, die ihre Kinder umgebracht haben mit einer veganen Ernährung. Weil sie ihnen halt komplett... Ja, dann kann man sagen, naja, vegan. Die haben ihnen halt Sojamilch und Apfelsaft gegeben. Du hättest denen auch, weiß ich nicht, unvegane Cookies geben können und irgendwas anderes. Also man kann ja Kinder auch mit nicht-veganer Ernährung umbringen, wenn man sie einfach komplett vernachlässigt und ihre Nährstoffe entdeckt. Aber das waren eben Eltern, die im weitesten Sinne einer veganen Ideologie verfolgt sind und eben rohvegan gegessen haben oder irgendwelche, weil man hat es gesehen anhand der Bücher in ihren Regalen und so weiter oder als sie auch dann verhört wurden. Die hatten irgendeine Art von sehr danebenliegender Ideologie, was ihre Ernährung angeht und selbst wenn das Kind nicht stirbt, sondern nur unreparierbare, irreversible Schäden davon tragen würde, ist das zum Beispiel ein Beispiel. Und keine vegane Überlegung der Welt würde das rechtfertigen. Plus am Ende des Tages, und das muss man sich auch vor Augen halten, wenn ich heute kein Tierprodukt esse, rette ich kein einziges Leben. Weil meine heutige Entscheidung ändert nichts in der Welt und auch nicht für 10 Jahre. Ich alleine ändere also nichts mit meiner persönlichen Entscheidung. Die kann aber meine persönliche Entscheidung als Grundlage nehmen, um daran zu arbeiten, dass auch andere solche Entscheidungen treffen, wenn ich der Meinung bin, dass sie gut sind. Und dann können wir was verändern. Und das sehen wir auch. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gibt genügend Beispiele, A, wo ich Graubereiche zulasse, bei Ernährung, bei anderen Themen, wo ich auch Leuten, die zugestehe, genauso wie ich mir auch in anderen Lebensbereichen Graubereiche zugestehe. Und daher bin ich einfach sehr, sehr vorsichtig, Menschen für irgendwas, was sie tun, zu verurteilen. Nicht, weil ich plötzlich der Meinung bin, dass es eine Bagatelle ist, was wir den Tieren antun. Bitte verstehe mich nicht falsch. Es ist eines der grausamsten Dinge, die ich mir vorstellen kann, wie wir mit nichtmenschlichen Tieren umgehen. Es gibt keine, keine Rechtfertigung dafür, aber es gibt eben mehrere Wege, das zu reformieren. Und purer Abolitionismus, also das pure, nicht differenzierte Abschaffen eines Systems, sollten wir nur fordern, wenn wir ein Alternativsystem haben, was felsenfest perfekt ist. Und das ist in sich etwas, was wir wahrscheinlich nicht erreichen können. Deswegen sollten wir aus meiner Sicht für eine drastische Reform arbeiten und daran arbeiten. Und ja. Sehr schön gesagt, sehr schön gesagt. Vielleicht, um es noch abzuschließen, so von meiner Seite, was ich auf jeden Fall auch noch so für Gründe sehe, die ich selbst auch miterlebt habe. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die gesagt hat, sie war jahrelang vegan und hat dann irgendwann gemerkt, dass der Wert Verbindung und Kultur, also die kulturelle Verbindung auf Reisen mit gewissen Menschen ihr so wichtig war, dass sie es für unhöflich und fast schon falsch empfunden hat, das Essen jetzt abzulehnen, was sie da gekriegt hat. Und sie in dem Moment ihre vegane Ideologie abgelegt hat, einfach um mit diesen Menschen, die ihr dieses Essen gekocht haben, zu teilen und diesen Moment zu teilen. Das fand ich zum Beispiel auch ein sehr spannender Punkt, wo sie mich berührt hat, weil ich das so noch nie gesehen habe. Ein weiterer Punkt, das hast du auch bereits angesprochen, ich habe ein paar Leute in meinem Umfeld, die sagen, laut eigener Aussage, dass sie Hülsenfrüchte komplett nicht vertragen. Also ich selbst kenne es von Kichererbsen, wenn ich Kichererbsen esse, das ist grausam, also wenn Kichererbsen die einzige Hülsenfrucht wäre, dann wäre ich wahrscheinlich nicht vegan geworden, weil das würde nicht funktionieren, so als Beispiel jetzt. Das ist auch ein sehr großer Punkt, den ich nochmal ansprechen will. Und was du jetzt auch, ja, und was du jetzt auch nochmal sagst, vielleicht auch, um es nochmal so auf diese wissenschaftliche, gesundheitliche Ebene zu beziehen abschließend, du hast jetzt was von Aridonsäure gesagt, also was sind denn die genauen Sachen, die jetzt vielleicht noch nicht in deinem Buch drin waren? Also wir hatten jetzt Vitamin A, Aridonsäure habe ich jetzt noch gehört, was gibt es sonst noch, was Leute vielleicht nicht auf dem Schirm haben? Dass wir da vielleicht nochmal so ein bisschen rein können. Drei Aspekte. Zum einen, zu dem Beispiel mit deiner Freundin, das ist für dich ein sehr gutes Beispiel für eine gesunde Diskussion, in der trotzdem beide ihre Meinung und ihre Position auch beibehalten können, ohne, dass einer von beiden das Gesicht verliert, weil meine Position wäre eine gänzlich andere. Also ich würde in den Raum werfen, naja, wenn wir jetzt bei menschenessenden Kulturen zu Gast sind, würden wir dann sagen, oh ja, damit die nicht verletzt werden, esse ich jetzt auch einen Menschen, würden wir wahrscheinlich nicht machen. Wir würden sagen, da geh einfach nicht hin. Das heißt, ich verstehe, ich kann das voll und ganz nachvollziehen, wenn Menschen sagen, Tradition und Kultur sind wichtige Güter, aber wir haben im Laufe der Evolution, im Laufe der Geschichte der Menschheit ja viele Dinge aus Traditionen und aus kulturellen Gebräuchen gemacht, die wir heute ablehnen und daher ist es fraglich, ob man quasi aus Höflichkeit bei Handlungen mitmacht, die man eigentlich ablehnt. Das ist die eine Position, die näher an meiner dran ist. Ich verstehe aber trotzdem auch, wenn man die andere Position vertritt, ich würde sagen, es ist die schwächere Position, aber so be it. Weißt du, also A, deine Freundin kann ja es weiterhin für die Stärkere halten und vielleicht habe auch ich recht und sie hat Unrecht, aber es ist am Ende des Tages ist ja egal und ja, bitte. Vielleicht, um es nochmal zu ergänzen, was ich, also ich sehe es wie du, ich bin auch auf deiner Seite, ich sehe es genau wie du, deswegen lehne ich auch immer ganz nett und mit sehr viel Mitgefühl auch ab, aber es ist eben genau dieses Mitgefühl, was man immer in sich selbst zuerst mal spüren muss, wofür kann ich für mich selbst am meisten Mitgefühl kreieren und entsprechend dann dieses Mitgefühl auch auf Tiere, aber auch auf Menschen weitergeben und für mich zum Beispiel und das ist der Grund, warum ich vegan bleibe, Stand heute, ich merke einfach, dass seit ich vegan geworden bin und ich dieses Mitgefühl diesen Tieren immer wieder schenke, ganz bewusst, ich einfach ein glücklicherer Mensch geworden bin, also ich fühle mich einfach auf seelischer Ebene viel besser, weil ich merke, dass ich einfach Mitgefühl habe mit diesem Leid und ich da das nicht verstecke, das nicht ignoriere und deswegen verstehe ich auch eine Kollegin, die sagt, hey, ich sehe jetzt, wie diese Frau da vielleicht in der Küche drei Stunden gekocht hat und jetzt, und ich habe es auch schon gemerkt, wie Leute eingeschnappt sind, wenn ich sage, nee, ich esse kein Fleisch, nee, ich esse kein Käse, was ist das dann so dieser, oh, so dieses, ich habe jetzt aber so gekocht, und in diesem Moment verstehe ich dann auch wieder dieses Mitgefühl, das ist dann wieder so eine sehr individuelle Frage, wofür kannst du Mitgefühl empfinden? Das ist eine individuelle Frage und vor allem, sie ist ja, wenn man ehrlich ist, für die Welt so irrelevant, dass es egal ist, wofür sie sich entscheidet. Das ist ja das Schöne daran. Es ist ja so eine kleine, spezifische Frage mit so wenig Konsequenz für die Welt, dass egal, ob man A oder B macht, es eigentlich egal ist, wie so vieles andere und es wäre ja absurd, sich in solchen Grundsatzdiskussionen zu verheddern. Deswegen sage ich ja, meine Position ist eine andere und es ist mir aber vollkommen egal, welche Entscheidung sie hier trifft, weil es eben im Großen und Ganzen irrelevant ist und was du auch angesprochen hast, was ich auch verstehe, zum Teil nachfühle und bei anderen Menschen, die weniger reflektiert sind, als du, für ein großes Problem halte, weil du hast es ja sehr gut auf den Punkt gebracht, dass man fühlt sich oder viele Menschen, vielleicht auch alle Menschen, fühlen sich besser, wenn sie Mitgefühl haben. So. Und das heißt, es macht auch etwas mit dir, wenn du deiner Selbstwahrnehmung quasi ein gefühlvollerer, besserer Mensch bist und sehr viele narzisstisch veranlagte Persönlichkeiten finden sich leider unter anderem dann oft in der Tierrechtsbewegung und leben in Narzissmus, in dem Veganismus aus. Das heißt, überhaupt bitte, verstehe mich nicht falsch, mit keiner Silbe sage ich, dass es auf dich zutrifft, aber du hast eine wichtige Beobachtung gemacht, dass wir oft uns gut fühlen, wenn wir gute Dinge machen und für manche, und du hast sehr viele Dinge im Leben, die das Leben lebenswert machen, daher ist das vielleicht für dich eine sehr kleine Sache, aber es gibt leider Menschen, die sehr wenig anderes im Leben haben und die dieses Gefühl, was sie daraus ziehen und auch die damit einhergehen, der aus ihrer Sicht Überlegenheit gegenüber anderen Menschen, ethische Überlegenheit, als Antrieb nehmen, um Leuten wahnsinnig auf den Sack zu gehen und für die Sache nichts Gutes tun. Und das muss man auch zumindest erkennen und akzeptieren, dass das beim Teil die primäre Motivation ist. Und das macht es sehr, sehr traurig und auch schizophren, wenn man dahinter kommt. Und ich kenne leider aus meinem persönlichen Erfahrungsstaats genug Leute, die auch sehr prominent sind. Attila wäre ein gutes Beispiel. Wenn man sich anguckt, wie er sich entwickelt hat, ich kann ihm natürlich nicht absprechen, was seine Motive waren, aber es zeigt zumindest etwas, dass vermutlich Tierrechte nicht die primäre Motivation waren. Ja. Genau. Und es ist auch, wie du sagst, weil ich kenne das auch aus der spirituellen Bubble. Es ist nämlich in der Spiritualität genau das Gleiche. Und da ist Veganismus und Spiritualität, das ist in der Kombination, das siehst du hier sehr oft, das ist wirklich dann diese Identifikation mit dieser Ideologie ist, die dich dann anderer abwertet, indirekt so. Genau. Und auch das ist ein ethisches Vergehen, was quasi auf dein Konto aufzahlt. Und wir, menschliches Verhalten, menschliches Interagieren, Leben, ist so kompliziert und von so vielen Dingen geprägt, dass man einfach sich angewöhnen sollte zum eigenen Wohl und zum Wohl aller anderen Menschen um einen herum ein bisschen vorsichtiger. Es gibt im Englischen diesen Begriff der Slow Opinion. Man sollte etwas langsamer damit sein, seine Meinung zu formen. Zu schnell geformte Meinungen sind meistens, zumindest zeigen sie kein komplettes Bild, selbst wenn sie vielleicht in der Grundrichtung komplett sind. Wow. Du bist ein Philosoph, Nico, weißt du das eigentlich? Du bist nicht nur, du hast echt sehr viele philosophische Eigenschaften. Ich feiere das, wie du hier auch auftrittst gerade. Chapeau. Danke, danke. Ich glaube, wenn man nicht reflektiert mit sich und der Welt ist, dann wird man auch zum Beispiel eben mit sowas wie Veganismus weniger zu tun haben. Das heißt nicht, dass jede Person, die vegan wird, diese Überlegungen hat, aber ich glaube, wenn man sich diese Überlegungen stellt, heißt das nicht, dass man vegan werden muss, aber es wird zumindest heißen, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil es halt eines von vielen ist. Und ich würde auch denken, dass sie durch die Beschäftigung mit dem Veganismus auf sehr viele andere blinde Flecken in meinem eigenen Leben aufmerksam geworden ist, bin, wo ich ignorant war, wo ich undifferenziert war. Es gab viele Zeit, es gab lange, lange Zeit, Momente und wahrscheinlich gibt es ja auch heute in den Bereichen, wo ich diese sehr vorsichtige, differenzierte Herangehensweise an das Ernährungsthema in anderen Themen komplett über Bord werfe, weil ich emotional reagiere oder mich selbst irgendwie angegriffen fühle oder oder. Und weil ich mir dessen bewusst bin und es auch zumindest mittlerweile merke, erneut sehe ich mich halt auf keinem ethischen Thron. Und, um auf deine zweite Frage zu kommen bezüglich den Nährstoffen, weil das ist ein wichtiges Thema, was wir unbedingt noch besprechen sollten, du hattest allerdings drei Themen, das war deine Freundin mit dem Gastgeschenk, das war, was finden wir in Tierprodukten und dann war das noch was anderes, weißt du es noch? Kichererbsen. Ah ja, Unverträglichkeiten, Unverträglichkeiten, genau. Ist ein zu komplexes Thema, um das jetzt in aller Ausführlichkeit zu besprechen, aber es ist Fakt, dass Menschen unterschiedliche Verträglichkeiten aufweisen. Man muss unterscheiden zwischen akquirierten Unverträglichkeiten und genetisch Bedingten, viel größerer Teil ist akquiriert, kann also auch wieder sozusagen, kann wieder verbessert und therapiert werden. Das Problem ist nur, vielen Leuten fehlt das Wissen und wenn man einfach nur anfängt, alle möglichen Stoffe wegzulassen, auf die man reagiert, wird man noch viel einseitiger essen, wird ein noch pathologischeres Essverhalten bekommen, weil dann ist nicht nur, also mein Ansatz bei veganer Ernährung ist so restriktiv wie nötig, aber so wenig restriktiv wie möglich. Es gibt gewisse Überlegungen, die sind fundiert, zum Beispiel in der veganen Ernährung in den allermeisten Fällen keine Tierprodukte zu essen oder aus Grund der Einfachheit sagen keine, aber alles darüber hinaus, muss sie glutenfrei essen, muss sie Rohkost essen, muss sie ölfrei essen, muss sie dies und das machen? Nein, die meisten Menschen nicht, vielleicht manche. Und wenn man zum Beispiel eine ganze Gruppe wie Hülsenfrüchte auch nicht verträgt und das kann sein, denn Hülsenfrüchte enthalten zum Beispiel Stoffe wie sogenannte FODMAPs, das sind fermentierbare Oligodi- und Monosaccharide und Polyole, die aufgrund einer nicht optimal zusammengestellten Bakterienflora Probleme machen. Das heißt, der Schlüssel darin liegt, die Bakterienflora im Mikrobiom, im Darm zu verbessern oder temporär gewisse Enzympräparate einzunehmen, die diese Enzyme enthalten, die eigentlich deine Darmflora produzieren sollte. Das heißt, man kann da den Menschen auch Abhilfe davon schaffen, das könnte ein Grund sein. Es gibt aber auch andere Gründe. Lebensmittel sind so komplex, es gibt so viele Proteinsequenzen, so viele sekundäre Pflanzenstoffe, so viele Dinge, die ein Problem sein können und man kann Kichererbsen ja auf unterschiedlichste Arten zubereiten, um jetzt bei deinem Beispiel zu bleiben. Das heißt, vielleicht würdest du Kichererbsen voll gut vertragen, wenn du sie über Nacht einweichen würdest und dann in einem Druckkochtopf möglichst weich kochen würdest, weil dann würdest du sehr viele Enzyminhibitoren... Ja, mit Hummus habe ich das Problem nicht so. Genau, und der ist auch noch schön gemixt, genau, vielleicht würde es helfen, wenn man sie ein bisschen ankeimt, also es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu verarbeiten, vollwertige pflanzliche Lebensmittel gut verträglich zu gestalten und den Nährwert daraus zu bekommen, den sie sich erwarten. Und es ist, das ist ein gutes Beispiel, auch hier, wenn eine Person temporär merkt und das ist auch die Schwierigkeit, weil mit unserer Darmflora, und bitte unterbrechen mich, wenn ich zu weit aushole, aber unsere Darmflora, wir haben, um das einmal die Verhältnisse klar zu machen, dann hör auf zu stottern, wir haben mehr bakterielle Zellen als menschliche Zellen in uns, um zu verdeutlichen, wie wichtig unser Mikrobiom ist. Und unser Mikrobiom wird von Stoffen ernährt, die für uns nicht verdaulich sind. Und je, und es gibt eine ganze Reihe an verschiedensten Ballaststoffen, Ballaststoffe sind eine Gruppe von Kohlenhydraten, die wir nicht verdauen können, die ihnen aber eine Nahrungsgrundlage bieten und es gibt sehr viele unterschiedliche, nicht verdauliche Kohlenhydrate, die unsere Darmflora unterschiedlich ernährt. Und je restriktiver ich meine vegane Ernährung mache, wenn ihr eben merkt, ey, weil FODMAPs, eine Gruppe, die zum Beispiel in Hülsenfrüchten stecken, die stecken auch in vielen und wenn ihr anfangen, die alle, es gibt Low-FODMAP-Diets, wenn ihr die alle auf Dauer durchzieht, dann füttere ich meine Darmflora sehr selektiv und werde vielleicht verhindern, dass jener Wachstum in meiner Darmflora zustande kommt, der die pathogenen Keime reduziert, die pathogenen Bakterien reduziert, die protektiven Bakterien erhöht und die, nennen wir es ja mal aus Mangel an besseren Worten opportunistischen Bakterien, die sich quasi opportunistisch jenen, die Überhand nehmen, anpassen, die so zu prägen, dass meine Darmflora quasi die Lebensmittel wieder verdauen kann oder die unverdaulichen Bestandteile so fermentieren kann, dass ich keine Probleme habe. Das heißt, oft macht man dann eben quasi alles noch schlimmer und es ist ein Kreislauf nach unten. Und es ist gerade Zufall, dass viele Menschen zum Beispiel eine Carnivore Ernährung machen, wenn sie solche Probleme haben und merken, boah, meine Symptome sind weg. Okay. Ist jetzt das Fleisch die Lösung? Nee, sondern jegliche Eliminationsdiät wäre die Lösung, wenn du sämtliche Triggerstoffe weglässt und Fleisch ist im weiten Sinne hypoallergenes Produkt, es enthält keine Ballaststoffe, die Probleme machen können. Also es ist auf Dauer keine kluge Idee, nur Fleisch zu essen. Es kann aber temporär den Großteil deiner Symptome verbessern und wenn du davor sogar schlecht supplementiert hast, dir ziemlich viele Nährstoffe liefern, über die wir später noch sprechen, die du jetzt vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit bekommst. Das heißt aber nicht, dass du das nur darüber bekommst. Du könntest auch, um es sehr plakativ zu machen, nur weißen Reis essen und sehr viel supplementieren an diesen Stoffen. Dann hättest du dieselben Verbesserungen. Wenn also eine Person aufgrund, weil das sind alles Dinge, die muss man wissen und die sind hochkomplex und wir graben gerade an der Oberfläche, da geht es noch zehn Schritte tiefer. Wenn eine Person das alles nicht weiß, dann ist es vielleicht für sie, und es muss auch kein Fleisch sein, wenn sie keine Eier lagiert, geht es vielleicht mit Eiern auch so. Also es kann sein, dass die Person vielleicht temporär einen Großteil ihrer Kalorien aus Tierprodukten beziehen wird, um zumindest die Symptomatik zu verbessern, um von hier aus eine Lösung zu finden. Wenn wir aber in der veganen Ernährung nicht einmal die theoretische Möglichkeit offen lassen, dass eine Person gut überlegt, reflektiert, aus therapeutischen Maßnahmen temporär irgendetwas anders macht, wie die gesunde Allgemeinbevölkerung, die sich vegan ernährt, nehmen wir ihr A, wenn sie sich sehr ideologisch verhaftet daran hält, vielleicht die Möglichkeit auf Besserung und wenn sie weniger ideologisch ist, nehmen wir ihr die Möglichkeit wieder Anschluss zu finden und vielleicht, weil das kann man wie gesagt ja therapeutisch verbessern, wieder nach den klassischen Standards vegan zu leben. Wenn wir uns aber angucken, wie mit Ex-Vegan lebenden Menschen weitestens in der Ex-Vegan umgegangen wird, die sind so abgetörnt von dem Ganzen, weil sie Morddrohungen kriegen, auch hier Morddrohungen, wenn du sagst, du tötest Katir, weil du drohst Menschen mit Mord, also die sind so abgetörnt von dem Ganzen, dass die meistens dann auch carnivor bleiben oder zumindest ganz normal mischköstlich essen. Das heißt, das muss man sehr, sehr ernst nehmen, Unverträglichkeiten und sollte Lösungen finden und wenn man auf Dauer keine Lösungen findet, sollte man sich in die Hände von einem gut geschulten Fachpersonal begeben. Genau. Du hattest die Stoffe genannt, die nicht allgemein bekannt sind, die wir überwiegend oder ausschließlich in Tierprodukten finden und die vielleicht einer der Gründe sind, warum augenscheinlich perfekt essende und supplementierende vegan lebende Menschen Probleme kriegen können. Das sind unter anderem viele der im weitesten Sinne als semi-essentiell kategorisierten Stoffe, die deswegen auch so wenig Beachtung finden. Denn semi-essentiell, also essentiell bedeutet lebensnotwendig. Ein Überleben ist nicht mit dem Fehlen von essentiellen Nährstoffen vereinbar. Das sind die Vitamine, die Fett- und Wasserlöslichen, das sind die essentiellen Aminosäuren, das sind die essentiellen Fettsäuren und das sind die Mineralstoffe. Und auch hier muss man sagen, wir haben im Laufe der letzten 100 Jahre immer wieder neue Stoffe entdeckt, die wir in dieser Gruppe hinzugezählt haben und auch ein paar, die wir dann wieder exkludiert haben. Das heißt, die Ernährungswissenschaft ist eine junge Disziplin, die noch sehr viel lernt und das auch alleine schon deswegen sollten wir sehr vorstieg sein, mit wie viel Sicherheit wir gewisse Dinge sagen. Nun ist aber damit relativ viel Forschung einhergegangen und wir wissen sehr viel über diese Stoffgruppe. Dann gibt es noch viele Stoffe, über die im weitesten Sinne keine Einigung herrscht und aus Gründen der Einfachheit werden die als semi-essentiell kategorisiert. Das bedeutet, sie sind für gewisse Menschen in gewissen Lebensphasen essentiell, für manche andere nicht. Und gerade wenn es eben, also zum Beispiel wissen wir, dass Taurin, ist ein Stoff, den wir ausschließlich in Tierprodukten finden und in Red Bull, Taurin ist zum Beispiel für Katzen ein essentieller Nährstoff, für erwachsene Menschen nicht, für frühgeborene Kinder vermutlich schon. Nun haben wir ein bisschen Taurin in der Muttermilch, das heißt, wenn die gestillt werden, ist das okay, aber wenn die eine taurinfreie Säuglingsanfangsnahrung, eine Preterm kriegen, eine vegane, wo das denn drin ist, kann das ein Problem sein. Das heißt, viele dieser Stoffe, die im weitesten Sinne Taurin, Carnitin, Kreatin, Karnosin, viele dieser Stoffe, die wir aus unterschiedlichsten Aminosäuren eigentlich selber bilden können, können manche Menschen nicht ausreichend bilden oder haben einfach nicht genug von den Ausgangsstoffen zugeführt. Das kann ein Thema sein, spricht man wenig darüber. So, kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache an all meine Freunde hier, die wie ich sich vegan ernähren oder sich vegan ernähren möchten oder einfach im Allgemeinen merken, dass sie immer mehr auf die pflanzliche Ernährung umswitchen und doch auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen wollen, alle kritischen Nährstoffe abzudecken. Wie du vielleicht weißt, verkaufe ich seit über drei Jahren sehr erfolgreich mein All-in-One in Kooperation mit Rocker Nutrition und jetzt haben wir letzte Woche eine neue Version gelauncht auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre decken wir nun mit der neuen Rezeptur auch alle neu entdeckten potenziellen Mangelnährstoffe ab. Das heißt, sowohl Vitamin A als auch Cholin sind neu vertreten und wir haben auch nochmal das Kreatin um ein Gramm erhöht, sodass auch schwerere Athleten von der maximalen Effektivität profitieren. Zudem haben wir auch das komplette Mikronährstoffprofil nochmal optimiert. Mangelvitamine wie B2 nochmal leicht erhöht und auch reines DHA in Form von Algenölpulver hinzugefügt. Und als wäre das noch nicht genug, haben wir auch den Geschmack nochmal aufs nächste Level gebracht durch eine neue Proteinrezeptur, die auch nochmal das Aminosäurenprofil extrem verbessert hat. Also jetzt mit einer Serving 5 Gramm Leuzin, sodass du wirklich auch den Anabolenstimulus maximal ausreizen kannst und dir nie wieder Sorgen machen musst, irgendwo einen Mangel zu haben. Du findest die neue Rezeptur jetzt in zwei richtig geilen Geschmacksrichtungen auf rockernutrition.de Einmal in Vanille und einmal in Schokolade. Mein Favorite ist ganz klar Vanille. Ich trinke es jeden Tag. Es wird mir nicht langweilig und man kann auch richtig geile Smoothies damit machen. Also unglaublich geiler Geschmack. Ich garantiere dir, dass du deinen Spaß mit dem Produkt haben wirst und du findest das neue Produkt jetzt direkt bei rockernutrition.de oder kannst dir auch direkt den Link in den Shownotes anklicken und dort direkt bestellen. So, jetzt geht's weiter. Choline ist ein Thema, was wir angesprochen haben. Auch hier, ehemals B4, wurde in der Vitaminstatus so aberkannt, allerdings seit 1998 hat das IOM, das amerikanische Fachinstitut für Ernährung, Choline als essentiellen Nährstoff klassifiziert. Die EFSA in Europa ebenfalls. Die DGE hat bis heute keine Position zu Choline. Weder ja, es ist essentiell, noch es ist nicht essentiell. Und wir sehen eben, dass Tierprodukte deutlich reicher an Choline sind als es pflanzliche Produkte sind und wie gut oder schlecht jemand Choline synthetisiert, hat prima damit zu tun, wie die Versorgungslage der Ausgangsstoffe ist und wie gut oder schlecht die genetische Disposition ist. Ausgangsstoffe würde bedeuten andere Mineralstoffe und Vitamine oder wie? Also, in all diesen Themen sind meistens Aminosäuren die wichtigsten Bausteine und manchmal auch noch andere Stoffe. Aber wenn wir, und das ist auch ein Ding, wenn wir uns angucken, wie, und wir wollen jetzt nicht so weit ausführen, aber wenn wir uns angucken, wie die Proteinstruktur, also wie die Aminosäurensequenzen pflanzlicher und tierischer Produkte sind, sehen wir so ein bisschen ein doppeltes Problem. Vor allem zum Beispiel mit den schwefelhaltigen Aminosäuren, Cystein und Methionin unter anderem. Die sind in der Veganernährung deutlich geringer vorhanden als in der Mischkost oder in der tierischen Ernährung, aber sie sind genug vorhanden, um den Bedarf an diesen Stoffen zu decken. Problem ist nur, aus Methionin und Cystein werden einige dieser Kani-Aminos im weitesten Sinne gemacht, die Mischköstler gar nicht selber synthetisieren müssen, weil sie es aus der Ernährung kriegen. Das heißt, den Fachgesellschaften fällt gar nicht auf, dass wenn wir all diese Tierprodukte nicht essen, vielleicht die Karnosin, Karnitin, Kreatinversorgung schlechter wird, weil die Eigensynthese schlechter wird. Das heißt, natürlich könnten wir eben mehr Methionin zum Beispiel in die Ernährung reingeben, wir könnten Karnitin, Karnosin, Taurin auch supplementieren. Man kann all diese Stoffe aus Fermentation gewinnen, aber man müsste es halt einmal machen, man müsste vegane Fleischalternativen mit all diesen Stoffen anreichern, die wir auch im Fleisch finden. Cholin, Eier sind sehr reich an Cholin, man müsste also Eiersatzprodukte mit Cholin anreichern. Lecithin zum Beispiel, nehmen wir als Emulgator in der Lebensindustrie, ist reich an Cholin, aber nicht in der Menge, wie wir es jetzt für Salatressing verwenden, aber es gibt genügend Stoffe, auch ohne Eier genug Cholin zu haben. Arachidonsäure haben wir angesprochen. Die meisten vegan liebe Menschen kennen Arachidonsäure nur als eine schädliche Aminosäure. Viele vermeintliche Fachkräfte der veganen Bewegung nennen sogar den Verzicht auf Arachidonsäure durch den mangelnden Eierverzehr als Grund, warum Veganer vermeintlich gesünder leben, weil es stimmt, wenn wir eine sehr schlechte EPA und DHA-Versorgung haben und sehr viel Arachidonsäure zu uns nehmen, dann kann das unter anderem zu entzündlichen Reaktionen führen. Das Problem ist aber, dass Arachidonsäure an und für sich, auf jeden Fall für kleine Kinder, essentiell ist, also lebensnotwendig, weil wir nicht genügend bilden und wenn wir uns Studien mit erwachsenen Menschen angucken, sehen wir, egal wie viel Linolsäure, das ist die kurzkettige Omega-6-Fettsäure, egal wie viel oder wenig Linolsäure wir den Menschen geben, ihre Arachidonsäure-Werte verändern sie nicht. Das heißt, die bilden offensichtlich in vielen Fällen auch zu wenig davon. Und das wäre eben einer von mehreren Gründen, warum vielleicht ein Ei den Menschen dann temporär doch hilft. Man kann es aber einfach supplementieren beziehungsweise man kann vegane Ei-Alternativen mit Arachidonsäure anreichern, weil es gibt Pilze, marine Pilze, die produzieren Arachidonsäure, Arasco heißt der Nährstoff, den gibt es. Der wird auch in der Säuglingsanfangsdauer immer wieder verwendet oder auch in der Ernährung von vegan ernährten Hunden und Katzen. Wir wissen vieles davon, aber eben noch nicht alles und das Hauptproblem ist nicht das Wissen, sondern die Inklusion in den Lebensmitteln oder in den Alltag. Bei den Fettsäuren ist es vor allem Arachidonsäure, theoretisch aber auch EPA und DHA, weil es gibt zwar theoretisch das Chizohydrium als Alge, du verwendest ja in deinen Produkten auch EPA und DHA, wenn ich richtig informiert bin, das kriegst du aus einer Mikroalge. Kein Problem. Aber wie viele Leute machen denn das regelmäßig? Wie viele Leute holen sich denn ein Mikroalgenöl? Die meisten denken, ja, wenn ich so ein bisschen Chia, Lein und Hanfsamen esse oder Warnüsse, dann konvertiere ich. Ja, in manchen Fällen ja, in sehr vielen Fällen nicht. Auch hier erneut müssen wir, wir könnten testen natürlich und wir könnten die Ernährung optimieren, aber in vielen Fällen ist es die einfache Lösung, diese 20 Cent oder so für das Algenöl zu nehmen. Okay, das bei den essentiellen Fettsäuren, es gibt zwei essentielle Fettsäuren, die Omega-3- und die Omega-6-Fettsäure. Wir denken, dass Alpha-Linolensäure aus Leinsamen und Linolsäure aus Sonnenblumen und allen weiteren, die essentiellen sind, weil uns gar nicht auffällt, dass wenn wir keine langkettigen Omega-6-Fettsäuren wie Arachidonsäure oder langkettige Omega-3-Fettsäuren wie EPA und D haben, wir trotzdem Probleme haben, weil die meisten Menschen kriegen genug Arachidonsäure, wenn sie Tierprodukte essen. Dass wir kommen hier auf viele Sachen drauf, die wir ansonsten gar nicht gemerkt hätten und wir merken, wenn Leute nur Arachidonsäure essen, brauchen sie gar keine Linolsäure. Das heißt, vielleicht ist doch nicht die Linolsäure essentiell, sondern die Arachidonsäure. Viele große Fragezeichen und aufgrund dieser Unsicherheiten sollte man einfach ein bisschen vorastig sein. Das heißt, bei den Fettsäuren sehen wir schon Schwierigkeiten. Es gibt neun essentiellen Aminosäuren und eine ganze Reihe an semi- oder nicht-essentiellen Aminosäuren und sehr viele Aminosäuren-Derivate, die nicht mehr wirklich Aminosäuren sind. Einige haben wir schon genannt. Carnitin, Creatin, Taurin, Canosin. Manche bilden mehr davon, manche bilden weniger davon und man sollte es zumindest am Schirm haben. Retinol, Vitamin A, Beta-Carotin wird besser oder schlechter konvertiert, je nachdem wie A. Wenn man es mit Fett kombinieren, wird es besser aufgenommen. Wenn wir es klein schreddern und kochen, wird es besser aufgenommen. Das heißt, die erste Hürde ist schon die Aufnahme und die zweite Hürde ist dann die Verarbeitung im Organismus. Das ist immer diese Mischung aus nehmen wir genug auf, absorbieren wir genug und konvertieren wir genug. Und da gibt es eben auch Schwierigkeiten. Du, ansonsten, die meisten Menschen machen sich... Es gibt ja viele Spurenelemente, von denen die meisten Menschen noch nie gehört haben. Chrom. Die meisten Leute verbinden Chrom mit Chromfelgen. Chrom ist ein essentielles Spurenelement. Molybden, Vanadium, wie sie alle heißen. Es gibt kaum Aufzeichnungen darüber, wie viel oder wenig Molybden, Chrom und anderes in den gängigen, tierischen und pflanzlichen Lebensmitteln drin ist. Wir glauben, es genügt in der Mischkost, was wir kriegen, aber wir wissen darüber hinaus ein bisschen zu wenig. Wir wissen auch gar nicht genau, in welcher Lebensphase wir wie viel brauchen. Die Fachgesellschaften geben so von bis Werte an. Es gibt auch einige Mineralien, wo wir gar nicht genau sicher wissen, wie kritisch die zu sehen sind. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. All das führt dazu, dass man aus meiner Sicht gerade in den kritischen Lebensphasen drei Möglichkeiten hat. Man hat mehrere, aber drei Möglichkeiten würde man in die engere Auswahl geben. Möglichkeit Nummer eins, wenn man in der Stadt lebt, keine Möglichkeit hat, Halbecks ethisch vertretbare Tierprodukte zu bekommen, dann wird man einfach deutlich mehr supplementieren, wenn man das finanzielle Mittel dazu hat. Weil all diese Stoffe kann man in eine Handvoll Kapseln reingeben. Das ist gar nicht so viel, was man braucht, weil viele dieser Spurenelemente braucht man nur in sehr kleiner Menge. Das heißt, man wird deutlich ausführlicher supplementieren. Das ist der Grund, warum ich die generelle Empfehlung ausspreche, einfach einen sehr guten veganen Multinährstoff zu haben, der möglichst breit wirksam ist, um all diese Fragezeichen aufzugeben. Bisschen Lecithinpulver fürs Cholin, Omega-3-Fürzerin über Algenöl und dann hat man mit drei, vier Produkten die meisten Dinge gut abgedeckt. Okay, das wäre eine Möglichkeit, wie ich mit gutem Gewissen sagen kann, das ist eine vegane Ernährung, die auch die ethischen Ansprüche an die menschliche Gesundheit erfüllt. Dann kann ich damit leben, weil ihr habt, wie gesagt, keinen Anspruch an Purismus, sondern einfach eben Anspruch an rationale, kluge Entscheidungen, zu sagen, okay, wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, dir einen Huhn zu halten oder dir ein gerettetes Huhn vom Nachbarn über den Weg läuft und du die Eier kriegst, vielleicht gibt es gewisse Tierprodukte, die man deutlich ethischer bekommen kann und dann ist die Frage, so weit wie möglich und im Alltag umsetzbar, wie viele Tierprodukte braucht die Person denn, um gesund zu sein? Das heißt, dann heißt auch nicht, hey, Freifahrtschein, du kannst unendlich Tierprodukte essen, sondern du möchtest vielleicht gucken, wie viel ist notwendig? Das sind so die zwei Varianten, die gut funktionieren. Die dritte wäre natürlich, man könnte sagen, okay, ich mache einen Gentest, gucke also, ob es offensichtliche Schwachstellen gibt und wenn wir die beseitigt haben oder sie es auch nicht gibt, dann ernähren wir uns nach den klassischen Grundlagen der veganen Ernährung gesund und gucken, was passiert. Das kann man, man überwacht vielleicht ein bisschen besser seine Blutwerte und guckt, was passiert, aber bleibt zumindest einfach dem, der potenziellen Möglichkeit und dem Risiko gegenüber wach. Das Problem ist aber, um da so einen letzten Punkt zu machen, Problem, es gibt Stoffe wie zum Beispiel Eisen, da können wir anhand des Ferritinwerts unsere Speicher graduell sinken oder steigen sehen. Das heißt, bis Symptome kommen, können wir es gut überwachen. Es gibt andere Nährstoffe wie Zink zum Beispiel, wo der Zink-Serumwert generell sehr unspezifisch ist, weil nur 1% des Zinks im Blut ist, der Rest ist irgendwo anders im Körper und die Blutwerte an Zink sinken erst, wenn es Symptome gibt, wenn es also quasi schon Einschränkungen in gewissen Stoffwechselprozessen gibt und Zink ist an 300 Enzymsystemen beteiligt. Das heißt, es gibt quasi kein Enzymsystem im Körper, wo Zink nicht beteiligt ist. Wenn du also sagst, hey, ich habe dieses oder jenes Problem, könnte es Zink sein? Ja, könnte auch was anderes sein, weil es ist einfach zu komplex, wir können es nicht tracken. Wir können jetzt sagen, wir messen dein Blut und dann wissen wir ganz genau, was dir fehlt. Das wäre viel zu einfach, viel zu schön wäre das und deswegen bin ich von der dritten Variante kein Riesenfan, ehrlicherweise, aus diesen Gründen und wir müssen eben auch wachsam bleiben, uns gegenüber und dürfen uns auch nicht selbst in was vormachen. Lange Rede, kurzer Sinn, wenn man jetzt direkt unseren ersten Podcast hört vor vier Jahren, das war die Zeit, als sie mit der Recherche an Vegan-Klischadee fertig war, das Buch kam raus und das waren wenige Monate später. Meine Position hat sich da schon deutlich ausdifferenziert zu der Zeit, ich weiß nicht genau, was wir alles besprochen haben, aber ich war niemals jemand, der gesagt hat, es ist immer und überall die beste Idee, jeder kann es immer machen und alle, die Schwierigkeiten haben, machen es einfach nur falsch. Das war nicht meine Position, aber durch die Auseinandersetzung mit diesen und so viel weiteren Themen im Laufe meiner Doktorarbeit und auch schon ein bisschen davor im Laufe des Masterstudiums, wurde mir einfach klar, dass es nachlässig wäre, nicht nur nicht darauf hinzuweisen, sondern manche dieser Probleme sind wahrscheinlich zwar interessant, aber klinisch nicht so relevant. Manche sind es wahrscheinlich schon. Weil wir es aber nicht genau wissen, halte ich quasi sogar überproportional viel Finger in die Wunde, nicht weil ich jetzt plötzlich antivigant bin, sondern weil ich wirklich übersensibilisieren möchte für das Thema, weil eine Desensibilisierung die letzten Jahre und Jahrzehnte stattgefunden hat und ich hoffe, damit ein Gleichgewicht in die Diskussion zu bringen und zu verstehen, dass das ein Experiment ist, ein gut gewolltes, es hat jetzt nichts daran gehört, esse ich jetzt regelmäßig Tierprodukte? Nein. Ich ziehe das auch durch, ich supplementiere sehr gut, ich sehe keine Notwendigkeit, aber ich bin die letzte Person, die eben sagt, immer nur diesen Modus. Ja. Ja, nee, also es war mega aufschlussreich, dieses Gespräch und du hast wirklich auch die Position sehr schön vertreten und wie du gesagt hast, auch wirklich ein bisschen so Salz in die Wunde gestreut, wahrscheinlich jetzt auch für viele Leute, die Hardcore-Vegan sind, die das jetzt gerade ein bisschen schockt. Mich hat es nur bestätigt in einer Sache und zwar, zum Glück supplementiere ich, seit ich mit Bodybuilding angefangen habe, sehr bewusst und auch seit vier Jahren mit meinem eigenen Produkt und ich meine, du hast ja auch eine eigene Line, das ist wahrscheinlich auch etwas, was man dir unterstellt, dass du nur mehr Produkte verkaufen willst, aber ich finde es halt, genau wie du sagst, wenn man sich halt für die Tierethik einsetzt, dann sollte man sich selbst halt auch als Tier sehen und zu realisieren, dass man seine eigene Gesundheit auch nicht aufs Spiel setzen soll und da bin ich immer noch der Meinung, besonders bei Fettsäuren, Omega-3, dass die meisten Leute selbst Mischköste dann nicht mal annähernd auf ihre richtigen Werte kommen, auch bei anderen Nährstoffen da zum Teil einfach unterversorgt sind, das heißt, auch hier wieder, nur weil man eine Mischkost hat, heißt das noch lange nicht, dass man deswegen auch wirklich ausgewogen ist, aber wenn man sich eben vegan ernährt, dann wird in meinen Augen dieser Punkt Supplementierung noch wichtiger und deswegen bin ich auch richtig froh, dass du das auch nochmal bestätigt hast, weil ich mache jede, jetzt nur noch jedes zweite Jahr einen Bluttest und wie gesagt, ich fühle mich rein und hatte bisher nie das Gefühl, dass mir irgendwas fehlt, hatte auch nie irgendwie schlechte Werte und deswegen ist auch das mein Approach, den ich hier nochmal so vertreten möchte, so macht euch Gedanken, wie ihr das nachhaltig durchziehen könnt, am besten eben so, dass es dann eben auch gute Werbung ist für den guten Zweck und genau, also da hast du wirklich super Arbeit geleistet und ich bin auch sehr gespannt, was da noch rauskommen wird, du bist ja da in Deutschland wirklich einer der wenigen, den ich auch aktiv verfolge, eben genau, weil du der Wissenschaft treu bleibst und dich da auch nicht einlullen lässt von irgendeiner Lobby oder irgendeiner Ideologie, genau. Danke für deine Arbeit. Zwei letzte Dinge, die ich noch gerne noch mitgeben würde. Du hast es ja angesprochen, man muss das wirklich nochmal ausführen, damit das auch in den Köpfen hängen bleibt. Nur weil man in der heutigen Zeit nicht vegan ist, macht einen das noch nicht gut versorgt. Wir müssen verstehen, wo unsere evolutive Prägung herkommt und auch wenn die Paläobewegung viele Dinge vereinfacht und viel Unsinniges verbreitet, ist die Überlegung, sehr wichtig zu gucken, gibt es denn genetische Anpassungen an unseren sehr neuen Lebensstil, weil wenn man sich anguckt, der Mensch, letzten 200.000 Jahre haben wir komplett konträr gegessen als die letzten 100. Das ist ein kurzer Wimpernschlag unserer Evolution und wir verbrennen heute viel weniger Kalorien als noch in Zeiten, wo wir Jäger und Sammler waren. Das heißt, wir müssen heute pro Kalorien, pro Kalorie mehr Mikronährstoffe zuführen, weil wir eben eine niedrigere Kalorienbilanz haben. Wir haben früher und man sieht es auch bei jedem wilden Tier, ein Tier erlegt ein anderes, was ist es zuerst? Die Organe. Die Organe mit dem Mageninhalt. So kriegen nämlich einige Carnivoren auch Stoffe aus Pflanzen. Fermentiert durch den Mageninhalt. Die Leber, das Herz, die Hodenorgane. Die sind viel, viel nährstoffreicher als Muskelfleisch. Wir essen heutzutage überwiegend Muskelfleisch, viel nährstoffärmer als die Organe. Wir essen heutzutage kaum noch die ganzen Bindegewebe und die Sehnen, die voll mit Kollagen sind. Deswegen, und wir heute Kollagensupplements empfehlen. Nicht, weil es nicht anders geht, sondern weil Leute eben wenig Kollagenreiche Tierkost essen, selbst wenn sie Mischkost essen. Abgesehen von diesen Bindegeweben ist sehr wenig Kollagen in der tierischen Ernährung. Glutin, die wichtigste Aminosäure in Colacin ist bei Veganern gleich schlecht als bei Mischköstlern zum Beispiel. Wir essen nicht regelmäßig Fisch und so weiter und so weiter. Und wir verarbeiten Lebensmittel heute natürlich ganz anders. Wir machen aus Folkorn-Weißmehl, wir machen aus Samen-Samen-Öle. Und wir haben, und es wird ja oft gesagt, ja die Böden sind so ausgelaugt. Ja zum Teil auch, weil das viel größere Problem ist, oder Problem, die viel größere Herausforderung ist, dass wir im Rahmen der grünen Revolution, als wir angefangen haben, ertragsreichere Pflanzenzüchtungen zu kultivieren aufgrund des mangelnden Verständnisses der Ernährungswissenschaft auf Ertrag und auf Geschmack und auf Lagerfähigkeit und alles mögliche geachtet haben, aber nicht auf Mikronährstoffdichte. Und es gibt in der Ernährungswissenschaft den Begriff des Dilution-Effekts. Und wir sehen, je ertragsreicher eine Pflanze ist, desto weniger Nährstoffe hat sie pro Mengeneinheit. Und wenn wir all diese Faktoren, weniger Kalorien, die wir verbrauchen, die wir essen können, weniger Nährstoffdichte per se, höhere Verarbeitung und so weiter, das alles mit reinnehmen, sehen wir, wir haben so oder so eine Herausforderung. Deswegen brauchen wir eine Ernährungswende. Und nur Veganismus ist so kurz gedacht, aber die Tierethik muss in unserer Ernährungswende auch eine Rolle spielen. Sie muss aber begleitet sein von diesen wichtigen ernährungsphysiologischen Überlegungen. Und daher ist es wichtig, dass wir, und das passiert in anderen Ländern mehr noch als in der DACH-Region, aber nirgends konsequent, dass wir die Lebensmittelproduktion ernährungsphysiologisch optimieren. Egal ob vegan oder mischköstlich, dann funktioniert das. Und ich bin mir natürlich vollkommen klar, dass wenn wir zum Beispiel Übergangslösung, weil Supplements sind eine Übergangslösung. Sie sind zu unpraktisch für die meisten Menschen. Die meisten Leute wollen keine Pillen schlucken, auch wenn es eine sehr praktische Art eigentlich ist, weil man kann sie überall mitnehmen, aber Leute wollen Lebensmittel essen. Das heißt, Supplements sind nur eine Übergangslösung, bis eine gute Nährstoffanreihung stattfindet. Das ist ein bisschen so wie in den 20er Jahren gab es schon Jodsalz als dietetisches Lebensmittel. Bis es dann wirklich überall in den Lebensmitteln landete, musste man sich selber drum bemühen, jahrzehntelang. Und ungefähr da stehen wir heute mit den meisten gerne nehmen, was sie wollen. Ich habe für Watson und auch für mehrere andere Firmen Konzepte geschrieben und Produkte entwickelt und wenn Leute das kaufen wollen, gerne. Es ist die einzige Marke, die rigoros jede Charge auf sämtliche Nährstoffe und Schadstoffe testet. Aber hey, jede Firma, die dir gute Nährstoffanalysen und Schadstoffanalysen zeigt und gut zusammengestellt ist, take it. Ich kann halt nur für kein Andere die Hand ins Feuer legen, aber es könnte mir nicht egaler sein, ob ich die paar Cent von dem einen Produkt, das ich da habe oder nicht. Leute sollen einfach auf ihre eigene Gesundheit achten und sollen, wie du es gut gesagt hast, ein Role Model für ihre Überzeugungen sein, denn wer hat Lust, jemandem zu folgen oder einer Idee zu folgen, wenn die, die die Idee vertreten, entweder dauernd schlecht gelaunt sind, nervig oder halb tot. Übertrieben gesagt. Geil. Nico, hat sehr Spaß gemacht, sehr viel gelernt, wie ich auch erwartet habe und ja, also vielen Dank für deine Arbeit. Ich werde deinen Social Media, wo du jetzt nicht mehr so aktiv bist aktuell, aber da kommt ja wieder einiges. Werde ich trotzdem mal alles verlinken und dann sprechen wir in drei Jahren nochmal. Mal gucken, was bis dahin passiert. bis wissen, Bis dann,